So, da sind wir wieder. Für euch auf YouTube, hallo. Weiter geht's mit Orks und Gobos. Obwohl, Gobos und Orks. Und dann kommt dein Einsatz. Jetzt. Du meinst Orks und Gobos? Also, no? Zuerst das Wichtige, dann das haben wir doch geklärt. Next, bitte. Also, wirklich. Gobos und Orks und wir... Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freu mich. Hallihallo, Hallihallo. Es wird Zeit für die Welteroberung, oder? Okay, am Rücken. Genau das, Chat. Rücken an Rücken, ja, ja. Und scroll mal kurz komplett raus. Nightingale fragt gerade, ich weiß nicht, wo er hockt. Bei dir drüben. Scroll mal kurz komplett raus, dass er weiß, wie da die... Die Machtverhältnisse gewogen sind. Ja, sie ist das, was... Also, Primi drückt gerade in die Seite, wir drücken gerade in die Seite. Rücken an Rücken. Ja, also ich hab die Arbeit, Erge Lexter, sein Leben. Man kennt's. Das sagt gar nichts mehr dazu, ne? Hat er schon so oft gehört, hat keinen Bock mehr. Ja, mal wieder Waldenhof aus... Ja, das ist... Meine Fresse, was der in diesem Turn oder in diesem Game mittlerweile schon Waldenhof geplündert hat. Ey, die Siedlung dürfte gar nicht mehr stehen. Hast du wieder deine 80 Gold mitgenommen, ja, dafür, dass die Armee in Gefahr ist. Mach mal den Wagen, mach mal den Wagen. Übrigens, immer alles in Gefahr. Mach mal den Wagen. Ja, komm, was jetzt? Entscheide dich. Oh ja, den Wagen machen, das ist solide. Ey, ich könnte noch... Oh Gott, wenn ich noch eine Runde warte, ist Tamukand am Top 10? Weiß ich. Kannst warten, wie du willst. Da sagen wir, der Energiereserve, Winde der Magie, Fraktionsweit, Zauberresistenz, Fraktionsweit. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Was ist mit dem Chinamann da drüben? Der ist Rang 34, obwohl er nur zwei Provinzen hat. Ach so, 43, ja gut, ja, mehr Fraktionen gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Alle dead. Oh, 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 ich seh den Echsenbub. Der Echsenbub, physische Resi, Fraktionsweit, joo. Nein, mach du nicht, ich will da hin. Doch, 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 nein, nein, nein. Ich will da hin. Nein, ich mach dir jetzt so was. Ich will da, aber du kommst doch da gar nicht hin, nimm doch einen, der bei dir ist. Hä, was redest du da? Wenn ich mit, äh, schau mal nach rechts, bitte, ja? Also, wenn ich da jetzt den Nörgelhäne wegmach, segle ich da straight up runter auf die Hauptstadt drauf. Das ist nicht sein Hauptstadt. Ja, du kannst ja den Untoten machen, weißt du, da hast du doch Energiereserven. Und, na, ist doch supi hier. Mama, kämmere jetzt. Bist du betrunken? Du hast die Ogre noch nicht mal anständig weg. Tawukan sitzt dir da noch im Nacken. Die Vampire sind noch da. Und der Seuchen-Nörgel-Dude-Gedönsel ist noch da. Und du denkst dir, ja, jetzt machen wir mal die Echsen. Oh, da schick der Grimgork alleine runter. Was, wo ist das Problem? Du, du bist das Problem. Nein, das ist einfach nur, deine Vorstellungskraft ist das Problem, verstehst du? Weil du glaubst, es ist ein Problem für mich, dass ich da einfach runtersegel und den Echsen kalt mache. Aber ja, fahr drauf auf den, ist okay. Nee, mach du. Nein, da kümmere ich mich um den anderen. Nein, du hast jetzt schon. Nein, 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 nein. Der wohns halt noch erst in dem Karak-8-Gipfel, da fahr ich mal drauf. Okay, wir beruhigen uns jetzt wieder. So, wo ist er denn jetzt? Wo ist, wo ist, wo ist, wo? Oh, hier ist er, da, den müssen wir wegmachen. Das ist halt schon wirklich stark, ne? Ich meine, ja, wäre natürlich nicht smart, jetzt auf den Echsen draufzufahren, ne? Also, aber der Boni ist ja wirklich insane, oder? Also, ich kenne ihn gar nicht tatsächlich. Man kommt selten dazu, dass man mit Orks Echsen sieht. Orkser. Ich meine, physische Resi, Rang bei Rekrutierung für alle Einheiten, ne? Und dann noch Rang des Helden und des Kommandanten bei Rekrutierung. Das ist schon wirklich eine Menge. Also, wie deine Kommandanten häufig sterben, würde ich das empfehlen. Ja, die Frage ist halt, wie komme ich da am besten runter? Ich meine, ich müsste halt, also Grimgor, klar, aber wer kümmert sich denn um den anderen Nonsens? Es sind 20 Turn. Ist, ist, was meinst du, ist da noch jemand drin? Äh, wo? Ja, ja, safe, safe, safe. Wenn du, kommst du mit, kommst du mit dem hin? Ne. Okay. Auf meiner Seite, doch, also, du kannst doch da belagern. Ja, doch, tue ich, ja. Du könntest es anwählen und dann müsstest du hinkommen und ich kann das Glas nicht daneben schicken. Kannst du das? Ja, ich komme hin. Puh, äh, ja, dann lass mich noch, gib mir ganz kurz eine Sekunde, okay? Ich check nochmal kurz alle Armeen durch, weil wenn, kann ich direkt den Waag anzünden und... Ja, kommst du nicht mehr hin. Du müsstest zuerst hin und dann den Waag drücken. Ich, ich kann sie ja hinstellen und dann den Waag drücken. Ich will nur schauen, ob, ob die, die anderen Armeen, die noch was zu tun haben, auf 20 oder so gut wie möglich sind. Ich plündere meine üblichen Verdächtigen. Mach das, mach das. Ja, da sind nur 17, kacke. Uh, da war ordentlich was drin. War schon lang, nehmen wir auch Besuch, ne? Okay, die zwei Armeen für Tamukhan, also vier theoretisch. Ach so, ich kann, hä, kann ich den Waag ausrufen? Der ist gar nicht voll. Ich finde die Anzeige, geht das nicht mehr hoch? Wohl doch nicht so zerwagend, wie du es gedacht hast. Ich kann irgendwie den... Hä, kannst du den, kann man den Waag auch anklicken, wenn der nicht voll ist? Ja, unter irgendwelchen Bedingungen, aber na. Ich glaube, wenn du einen Legendary... Also, wir wissen, dass es mit einem Legendären Zwergenkommandanten geklappt hat, wenn du dich erinnerst, na. Ja, nein, also bei mir ist er nicht voll. Aber du kannst ihn anklicken. Ich kann ihn anklicken, kann sie das hören. Ja, na dann, egal. Dann hast du wahrscheinlich irgendeinen Legendären Kommandanten oder irgendwas geklatscht oder... Zumindestens, keine Ahnung, genug getan. Die Anzahl 100. Ach so, ja, die Anzahl... Das Rot ist nicht voll, aber es steht nach 100 dran. Ah, Ascha. Das erklärt vieles. Ja, das ist halt jetzt... Was machen wir? Sind wir smart oder sind wir gierig? Das ist jetzt die Frage, ne? Du kannst gierig sein. Naja, das Ding ist halt, ich würde gerne Sana Grund wegmachen. Also, es wäre schon in Ordnung, quasi... Hier zu bleiben und erstmal die Ecke zu sichern, weil... Das Ding ist, ich mache schon Fortschritte. Wenn du rausscrollst bei mir, na, du siehst... Also, Progress ist da, na, aber... Das ist da. Ich bin halt schon wirklich verstreut. Das stimmt schon. Das ist halt nicht einfacher, ne? Ja, ja. Aber was... Was kann ich da tun? Ich meine, ich kann Tamukhan das Ziel wählen auf Blaser-RNG-Basis. Mit den zwei Armeen zu drücken anfangen. Die zwei Armeen kommen dann auch hoch. Ich nehme den Ogre im Vorbeigehen mit. Und dann gehe ich Tamukhan löschen. Im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Aber ich kann das... Du kannst theoretisch drücken, wenn du magst. Ich gehe Tamukhan löschen, aber ich brauche noch eine Runde. Ja. Ich würde aber die Scaven hier trotzdem rausquicken. Ja, ja. Sofort, sofort. Ich weiß halt nicht, ob wir das schaffen. Wenn ich die Armee verliere, ist... Da war ich ja vorher. Ich meine, theoretisch haben wir ja erst mal. Ich auch nicht schon. Aber ich brauche die Armee, um Gorse zu daffen, weil sonst ist das komplette Hinterland offen. Aber das kriegst du, Geleft. Ja, move mal. Achso, warte. Du kommst näher, wenn ich vorher belagere. Ja, das ist das, was ich meine. Ich habe überlegt, ob ich nicht auf den anderen drauf fahre, wasser. Aber passt schon. Nee, der würde fliehen. Ich schaff's auch nicht. Nein, Spaß. Ich hätte dich so gekillt, ne? Let's go. Morgen dann, in D&D. Ja, no way. Ganz locker. So genug guten Shit? Ja. Ich sag's dir gerne, ich habe da nur Shit, ne? Ich meine, das eine ist gar nicht so, das andere ist die Billo-Armee. Du, ich habe da nur Gobbos stehen. Dich nicht. Sorry. Für was? Für was entschuldigst du dich schon wieder? Für das Räuspern. Ich bin ein bisschen allergisch gegen Weichei. Ich habe eine Bullshit-Allergie. Das hatte ich mit dir zu tun, ob ich mein Gesicht auf 30 Zentimeter angeschwollen, okay? Ja. Das war schon immer so hässlich. Das liegt nicht an der Schwellung. Ich verstehe. Der vermeint. Klärt einiges. So, ich muss warten, bis ich drinne bin. Wo kommst du denn? Hier, naja. Eine Minute 15, okay. Seine Unterschüsse kommt von da. Ich weiß nicht, ob du die wegkriegst. Nee, keine Chance. Kannst du dich selbst da rüberschieben? Sind es dann vielleicht nur 1,30, weil du flott bist? 2,27. Das ist KG. Ist KG. Also, nein. Warte ich jetzt, 20. Ich meine, theoretisch, wir sollten es eigentlich tun. Ja, ja, lassen. Ja, obwohl. Das ist immer so eine Sache, das Skarvenfestung. Nein, nein, nein. Also, wenn der... Ja, nee, plötzlich, das ist hier 0. Ja, komm nach hinten. Der kann keine Warp-Blitzkanonentower haben. Na, ist er erst gerade angenommen. Ist sogar noch angefragt. Ja, ja. Es ist trotzdem nur eine... Die Mauern sind sogar kaputt hier, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. An vielen Stellen. Es ist trotzdem nur eine... Berechtigte Furcht immer von mir. Ja, alles klar. Alter, mit Warp-Blitz-Tower sparst du nicht. Du musst auch Ready drücken, ne? Mein Feld ist in der Siedlung, statt dass ich das sehe, was du siehst. Geil. Ich mach mal schneller. Dann musst du auch noch schneller machen. Hast du gedrückt? Ne. Ich muss noch umstellen. Ich bringe zu nah ab, fängst. Da hab ich ein Problem mit dem Bogenschütz, ne? Hier, der Discaped. Naja, dagegen kann man nichts machen. Ist sogar gut, dass es einfach nur wastet. Und Smoo, Mann, danke für den Raid. Okay, ich staub jetzt. Ist kacke, dass ich nichts sehe. Wirklich blöd. Ja, 50 Sekunden, alles gut. Das war ja... The fuck, Alter. Kommt da ran wie eine Maschine. So, ich ziehe jetzt ein bisschen zurück. 3, 2, 1, here we go. Ich mach mal deine Front da mal ein bisschen zurück. Die geht's ordentlich gedrückt. Ich hab noch einen Schlag zu viel gestorben. Hinter dir nochmal. Das ist Karbin. Ja. Okay, die gehen gleich. Kommt das rein, verliert den Mut und geht wieder. Ja. Ist leider echt kacke. Ich schau mal die Bogenschützen aus. Oder zumindest ein Tor. Und Pesh, was geht. Was geht? Voll cool. Sind so in der letzten Session noch zusammen hier. Ja. Ist schon gollend. Leider gar nicht. Das Tod ist hart. Geht. Squeak mit Seelenzauber überlegen, ne? Das ist nicht Squeak. Ja, ja. Auf zu Klugscherßen. So, ein Reudiger. Härte die Katapulte da hinten. Die sind noch ohne. Also, haben nichts. Kein großes Problem. Oh mein Gott. Die Befall einfach hinter. Erstmal overcasten. Move in fast. Move in fast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gift in Mörser, Achtung! Auf jeden, ne? Fuck, Alter, irgendwo... Ja... Elving fast! War! Glorious War! Biggest Bruleest Dork! Get clobbering! Oh, he's out in my life, huh? Ja... ...debuff dann auch. Yes! Ich überlege von der anderen Seite rein. Das tue ich auch. Legg in it! Running! Ja, Mörg says, do it! Warte, ich spiele noch... ... ... ... Oh, da tut weh. Und du hast deinen eigenen Wagen? Ja. Oh Gott, ist das broken. Hey Freunde, ihr habt doch... Ihr Dämmlachs. Okay, quickies Riep. Where's the cave? We are better than then. Alright. We ride. Gotta kill her. The smell must get fear. Uh, that's dangerous. Gut. Der bewegt sich nicht. Das andere, der sich nicht bewegt. Doch. Ja, doch. Ich muss in meiner Reingehe da. Nein, nein. Schon hoch genug angesetzt. Und nachdem sich die irgendwie immer scheiße bewegen. Na denn vielleicht mit Overcasten sollen aber sonst. Oh, drauf doch das Ding Ding. Ah, erstmal noch ein Fieber für alle. Ist auch super stark nah. Minus 45 Angriffsgeschwindigkeit. Ah, Moralbruch sollte gleich da sein. All-Bed-Gobos shoot-to-shoot. Was da runterkommt. Holy shit. Ja. Sehr. Ja, bewegt euch da. Kids. Hopp. Nein, das Ding Ding ist tot. Oh. Awesome. Oh, Freunde. Hier immer draufhalten auf die Rattling Gunner. Eine dicke Salbe. So, fertig. Bravo. Ja, gute Ecke ausgewählt. Um es einfach auseinander zu nehmen. Hm. Ob ich das Update zu Warhammer 3 gesehen habe. Was für eins denn? Ah, das Death-Update. Nein, nein. Klemm ich auf. Bambusch. Informieren sie. Ach, gibt es eine neue Folge What's New oder was? Ja, lächerlich. Wirklich gar nichts verloren, ne? Gott, haben wir das aneinander genommen. Ja, das war ja. Ja. Der Magier hat auch ordentlich Schaden gemacht, Mann. Oh, war das cool. Mal zusammen so eine Schlacht. Herrlich. Ja, schon geil, ja. Ah, bezüglich des neuen kommenden DLCs. Jawoll. Ich bin neugierig und gespannt. Ja. Mehr Uga. Wir haben alle drauf gewartet. Endlich mehr Uga-Content. Ja, naja. Vielleicht haben sie gemerkt, dass die Uga eine kleine Überarbeitung brauchen. Ja, muss er das Geld so holen. Die meisten würden jetzt sagen... Oder? Ich sag an dem Punkt natürlich, aber... Uga. Er war... Ja. Er war da. Das war der Witz und er war auch dabei, ja? Genau. Immerhin schlecht war nicht. No, war schon... War schon zuerst. Ja, aber... Mainly war er halt einfach da. So, ich kann nicht anders, aber ich pumpe hier noch ein Armee zusammen. Das könnte ich auch, aber dann wäre ich halt wirklich... Dann wäre ich extra broken. Brauchst du da oben in Urkulas... Soll ich dir da die Armee hinstellen? So auf Safety-Safe? Nee, das dürfte er nicht packen. Ich frage, ob ich es dir hinstellen soll. Also das ist ja dann eh nicht in Armee-Reichwerte. Sondern wenn du dich zurückziehst, dass die Garnison safe ist. Also guck mal, ich... Ich könnte da hertunneln einfach. Äh... Ja, tun wir da hin. Warte, ich hab's mir überlegt, ne? Ja, jetzt bist du eh zu spät jetzt da. Das ist der Joke. Jetzt musst du fressen, was du bekommen hast. Ach, Mann. Ich weiß es doch nicht. Kommt irgendwie nicht so gut an, ne? Es ist... Okay. Kommt nicht so gut an anscheinend für ihm es da zu tun. Das hätte ich den Witz nicht verstanden. Und dann zu sagen, dass er gar nicht so geil war, obwohl ich eigentlich paar Sekunden brauche, jedes Mal was da, um mich zu fangen, bevor ich wieder anfange zu reden, weil es sonst durchkommt, dass ich ihn schon witzig fänden würde, ne? Also... Also... Schon echt übel. Ich bin hier hart am Ackern, okay? Also... Let's get him primed up. Greedy. Greedy. Ja, da brauch ich da eigentlich auch einen Mage. Da brauch ich doch keinen Mage drin. Ich hab so wenig Mages. Wages. Und Chaos, wir sind für immer im Minus. Weil wir mittlerweile so potent sind, dass wir nach jedem Wark eine Runde später direkt den nächsten Wark haben. Das heißt, wir haben natürlich die ganze Zeit so viele Armeen wie möglich, um so viele Warks wie möglich zu haben. Und dann... Rambatamba, verstehst du? Ja, frei nach dem Motto, mehr Wark wagen. Ja. Also schau mal, wenn du... Wenn du mehr... Also wenn du mehr wagst... Also jetzt wagen im... Raiden, plündern etc. Also wenn du... Wenn du da einfach immer konstant bleibst, ist es kein Problem und ausgleichbar. Na, so klar. So minus 10k. Damit lebt es sich natürlich nicht gut. Ist aber Banane, wenn du mittlerweile so viele Boni hast, dass du für eine Nebensiedlung 10k bekommst. Und so spielen sich die Orks halt. Na, du baust überall hier Almighty Vorräteplündern ins Gesicht. Na, und dann ist eigentlich Banane, weil dein Einkommen nach jeder Schlacht irgendwann mal um 60% erhöht ist. Dann fährst du noch irgendwann auf einen Untoten drauf, wo das Ganze dann nochmal plus 20% flat ist. Dann hast du noch jede Menge Anhänger, die nochmal mehr Geld nach der Schlacht geben und durchplündern und weiß der Geier. Und irgendwann ist halt einfach Banane. All mighty. Dann wunsch ich mir Befehl. Amino, danke für den Prime. All mighty, ja. Das ist, das ist stark. Einfach Dinge ins Gesicht fahren und dann musst du nie wieder aufhören, Dinge ins Gesicht zu fahren und so spielt man Orks richtig. Orks. Wenn du irgendwo einen Orks... Wenn du irgendwo einen Orks... Das wäre nochmal was. Eins, zwei, drei, vier... Bro, ich musste noch einmal klatschen, bevor du den wieder wegkonfederierst. Jetzt hast du mir schon Rictus genommen. Wenn ich jetzt wohl auch gar nicht klatschen darf, wird's aber übel, ne? Mir ist halt übel. Ich werde jetzt nicht besuchen, die haben wir im Map gedagert bis du. Worauf wollte ich noch kurz hinaus? Genau. Wenn du irgendwo, Chaos, einen Orksspieler auf Twitch siehst, der Plus macht, dann kannst du ihm gerne diesbezüglich belehren, dass er was falsch macht. Ah, ich hab auch schon Plus gespielt. Ja. Und dann hast du mich kennengelernt und dann... war vorbei. Ja, wurde nicht besser. Also mental zumindest. Aber das Gameplay hat sich immer mehr. Ja. Wurde nicht besser. Cool, nächste Rebellion. Irgendwo. Ich schau gar nicht mehr wo. Es gibt sowas auf legale Weise auch fürs Real Life. Damals ja, heute nicht mehr, ne? Früher hast du dir quasi so ein Drachenboot zusammengeschnitzt, weißt du, und bist Englalalalala Land plündern gegangen. Und dann war Weihnachten natürlich, ne? Du warst vielleicht, keine Ahnung, irgendein Bauer oder irgendein Holzfäller, der eine Axt hatte. Gehst du nach England, machst ein paar Angelsachsen weg, stopfst das Boot mit Schätzen voll, fährst wieder nach Hause. So, da... Das war so der Weg von unten nach oben. Almighty Angelsachsen. Ja. So Almighty waren die gar nicht mehr, sonst hätten sie sich nicht plündern lassen. Aber... Schlimm, wie was geht. Nein, alles gut. Haben sie hell brav gewehrt, aber... Bei den Landesgrenzen kannst du halt nicht alles abdecken. Was willst du machen? Ist das auch zu viel? Ja. Das schaut in den Spielen immer so klein aus, aber... Alter, wenn da irgendwo so fünf Boote auftauchen, was da und eine Giere auseinandernehmen, da fährst du so zu der Zeit, eine Woche spät davon, ne? Ja, zu der Zeit waren die Königreicher Frauen ja auch noch untereinander im Streit. Und... Ja. Wusste eher so, ne? Ah, die stellen dann eine Armee auf. Ja, wir fahren einfach mal weiter und greifen das andere an, weil da ist gerade niemand. So, ich hab's. Alright. Das können wir heute auch noch machen. Einmal über Berlin drüber rutschen. Ja, was willst du denn Berlin? Ich, Mann. Was gibt's da zu holen? Na, also sehr. Ja, ich hab keine Ahnung, warum Kugat hier ist. Ja, was soll er sonst tun? Aber ich glaub, ich geh einfach mal. Ne, ne, das ist... Der hat die Armee angegriffen, die irgendwo in den Bergen steht. Ja, ja. Pass mal nicht mit. Ich weiß nicht, was er da zu suchen hat. Der hat mit den Vampiren sicher schon Frieden. Wahrscheinlich. Naja. Hat die Krünzahnfest jetzt geplündert, oder? Wo ist das? Ja, rat mal. Ich sag's dir gleich, aber rat mal. Ich brauch dich gar nicht. Hat er hier völlig übertrieben. Schaff ich alles alleine. Was war die Armee? War's schon, mit der du die wirklich wichtigen 80 Gold des Waldenhof rausgeholt hast? Ich bin so froh, dass ich jedes Mal das Geld da raushole. Ja, und dann wieder oben. Es ist nicht nur... Was... Digga, wenn die Armee da steht und die hat einfach nichts zu tun. Oh, keine Ahnung. Geh dich eingraben, oder so. Wo? Hast du ne Schaufel? Ich hab grade kein Geld, um mir die Schaufel zu lassen. Erstmal Waldenhof plündern. Wär gut. Könnt er helfen. Den 80er für die Schaufel mitnehmen. Let's go. Was ist das? Wär Gotter. Was ist mit dem du innen? Das ist die Schaufel. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Wir haben住 zu haben. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Was haben wir hier zu tun? Wo ist das? Das meinte ich noch, weil der Mech stand halt irgendwo weiter oben oder irgendwas und da hat er mich schon angegriffen, wo ich mir gedacht habe, so hä? Das hat er doch sicher nicht mehr angegriffen, ist noch, ist einfach noch, einfach, das ist einfach Vampire, den kannst du nicht vertrauen. Guck mal. Ich nehme das mit, dann kannst du zurück. Was nimmst du mit? Skarslick, Warlord von 8 Peaks! Ah, Kislev kommt, äh, Kislev. Ich glaube, du kannst doch straight up rennen. Ich meine ja, du kannst es auch kolonisieren und dann weiterziehen. Nein, ich nehme es mit, weil der rechts schon steht, dann bist du schneller am Death. Ich nehme es mit, ich schiebe es dir rüber und dann ziehe ich direkt weiter. Oh, okay. Guck, da steht sogar einer. In der nächsten Runde schiebe ich sie. Ich habe es mit, brother. Wer braucht ihn? So, dich schalte ich jetzt auf automatisch. Ich habe die Faxen dick. Du auch. Wir haben alles. Es sind wieder so viele Armeen drin. Also Schloss Ragnhof wird einfach tough verteidigt. Ja. Ich werde die rekrutiert da. Ja. Ich habe das mit Elsbeth tatsächlich nicht anders gespielt. Das ist echt Smart von der KI noch. Ich meine, sie ist, also so dumm, dass sie sich, dass sie jetzt den Vampirheim nicht löschen geht, ne? In Ashen, aber... Ja, also die eigentliche Hauptstadt. Da kommt das Geld her, um Nullen auszubauen. Weil Nullen an sich ist ja echt, also ist eine Lappenprovinz. Ich habe die Kanonenschule. Kannst du dort nix brauchen. Gott, alter. Will ich jetzt Tamukarn trägern? Ich glaube noch nicht. Aber wenn der Zaun aber einen Rang gut gemacht hat, leider nicht. Gnastige Magik ist bereit. Ich weiß nicht, ich muss halt kriegen, das haben wir schon. Das ist schon solider Meter, Mann. Ich habe jetzt die ganze Zeit gemorkt. Wir gorken jetzt mal. Jetzt gorken wir mal. Geil, Mann. Wohin ist doch der Trophäe ertötet. Da hören wir, geht's. Uff. Ja, komm. Kommt der jetzt oder hängt der da? Kommt der jetzt oder hängt der da? Ja, wir müssen jetzt nicht zurück. Ja, das leben es bestimmt. Das war auch nicht. Die Korksempfer, die sind nicht weggelegt. Die ist dein Platz. Das ist mein Platz. Dann gehen wir an. 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 Dannochen wir an. Dann machen wir an. Dann gehen wir an. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Lass! Ich bin mehr. Ich bin gut, ich bin schieben, sorry. Die Frage ist, wie gierig bin ich. Was ist bezogen? Na, versuche ich Wurzak nach zu konföderieren, um dann den Vag auszurufen, oder ziehe ich den schon durch? Das muss ich jetzt auch schon machen. Also, Ergrund wird, ich weiß nicht von wem, aber es wird zerlegt. Ah, Khemri. Nicht mehr, er hat jetzt gerade gedreht. Das ist zu mir. Na, wenn, dann machen wir diese Nächsten. Dann schauen wir. Ja, das hat er schon. Wenn er unten Richtung ging und Ergrund hat er gerade geplündert. Hatte ich gesehen, ja. Also, er hat keine Ahnung, wo Wurzak ist. Der war in der Stadt, die du, also... Der war noch hier. Ja, du kannst mal Agenten nehmen und schauen, wer ein Barack wahr ist. Ah, okay. Ja, dann war es egal, wo er jetzt ist. Ja, ich glaube, ich wacke in den nächsten Dingen dann. Mehr wacke wacke. Ja, Fähigkeitspunkte. Alle haben Fähigkeitspunkte. Oh, cool. Riese im Waag. Scheiße, der Magier soll ja hier rein. Kacke, ich hätte mir eh schön anschauen können, wie mächtig der ist. Da hätte ich Fahrturns durchbootern können. Ah, komm rein. Tschö, tschö. Jo, nachtig, Mann. So. Auf bald und gute Genesung. Bauen wir den. Blatt bauen wir aus. Blatt bauen wir rein. Blatt bauen wir mal kurz Wilde. Das war halt da hinten komplett useless. Okay. Ich muss noch zwei Runden warten, bis da wirklich überall die Einheiten noch drinnen sind, die ich brauche. Brauchst du noch kurz eine Minute? Nein. Ah, okay. Sorry. Alles gut. Nächster Schritt. Null. Was du noch Geld brauchst, sagst du, ja? Naja. Na, quick will Frieden. Alter, Ashen ist so stark wie ich. Sehr. Das ist die Armee, der Dani Sohn. Das ist Charakter drin. Das ist der Ende, der damit die Stadt angreift, das ist völliger Quatsch. Also ich kann mich eigentlich zurückziehen, wenn ihr die Stadt angreift, dann easy. Kriegst du's weggeklickt? Also da ist in der nächsten Zeit nichts. Nein, nein, nein. Krieg ich nicht weg. Ich zieh mich zurück und guck, ob ich's mit dem Blitzschlag lösen kann. Alles ist aber weit gelaufen gerade. Das ist natürlich nicht gut. Dude, der Vampir der Global Recruitment, ne? Erstmal die Armee vollgemacht. Der hinten? Ja, ja. What? Warte, ich schicke ihn dir. Oh, er bleibt stehen. Also mein... Mein Geld. Oh, klatscht weg. Mein Geld. Vergeteilt. Aber ich muss ehrlich sagen, es kommt mir ein bisschen vor wie Reste esse für mich. Ich meine... Verstehe ich, verstehe ich. Ähm... Ich glaube, es tut mir sehr leid, aber ich muss da eine Runde reinplündern, ja? Wenn das okay ist. Ich brauche kurz ein bisschen... Globales Recruitment. Weil wenn ich da jetzt ein bisschen durchdrücke, dann brauche ich da bessere Einheiten. Ich dachte mir, dass mittlerweile eher alles relativ flotty geht. Ich bin der Boss! Killing Time! Wo steckt? Der kriegt einfach gottlos aufs Maul. Black Orcs, da haben wir auch einen Black Orc endlich drinnen. Gibt's da auch Black Orcs? Leider nicht. Black Orcs hier, Black Orcs, ja. Black Orcs hier, Black Orcs da, Black Orcs everywhere. Ja, es ist wichtig, dass die überall sind. Okay, mit denen muss ich da leider noch eine Runde sitzen bleiben, das ist sehr schade, aber... Ah hey, er hat sich erbarmt und den Vampir angegriffen. Was ist da immer noch? Ne? Ja. Interessant. Ich geh das! Ich geh das! Kann es sein, dass seine Ausgaben mehr geworden sind? Auf 15.000? Das muss ein Ansagefehler sein. Ich hab das sicher im Griff. Mit den Finanzen. Safe, safe. Ja, in der Luft. Anders kann ich mir das nämlich auch nicht erklären. Kein Shadows ist da leider noch nicht möglich. Das Ding ist ja, er kann die Armee nicht killen, aber wir kriegen den Schild auch nicht angenommen, also warten wir noch ein, zwei Turns. Ah, perfekt. Er kommt wieder über die Ecke ran. Auf 10.000? Und dann! Wir lassen das Ding! Wir lassen das Ding! Oh, wir lassen das Ding! Welchen Wagen hast du ausgewählt? Pamukkan. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Echse nehmen soll oder nicht. Kamri ist zehnmal safer. Man ist halt durch die ganze Wüste, wo ist dann seine Hauptstadt? Al Galbaras, ne? Das wird dann ausgewählt. Ne, ne, Kamri ist die Hauptstadt. Ah nein, das ist eine Provinzhauptding. Du kannst ja doppelklicken auf ihn und siehst ja, wo die Kamera hinfährt. Das Ding ist halt, die Echse ist Platz sieben. Ja, aber da kannst du noch zehnmal weitergehen. Außerdem sitze ich morgen früh im Zug nach Aargau, um dir in die Eier zu treten, wenn du jetzt sagst, ich soll die Echse nicht angreifen und dann die Echse angreifst, ne? Justine. Okay, ich greife jetzt die Echse an. Hat Spaß, ich greife die Echse an. www.öbb.at. Ja, ich greife die Echse an. Keine Angst und nicht die Echse an. Ok, ich greife die Echse an. Bis zum Beispiel. Bist du? Alter, neun Runden wieder, ach du Scheiße. Du bist jetzt Morglum, hier ist Morglum Rückenbrecher. Es muss ein Bug sein, Sau, es kann nicht anders sein. Ich würde auch nie Dokumentfälschung betreiben, wenn es um so ein ernstes Thema geht. Das verstehe ich. Als Österreicher könnte mir auch nichts fremder sein. Schwierige Aussage. Wieso? Also nur, nur weil die Habsburger am Papier ausgegeben haben, wo draufsteht, dass sie der rechtmäßige Kaiser des Heiligen Römischen Reichs sind, was alle geglaubt haben, obwohl es einfach nur ein Hoax war. Also bitte, ja. Ja gut, doch, ist okay. Ich werde mal schauen, ob ich da die Corruption wegbekomme. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gierig. Aber ich glaube in dem Moment, wo man sich fragt, ob man gierig ist, ist eigentlich schon zu spät. Ja, absolut. Ey, die Bude da unten ist echt der Hammer, die da dauernd vom Scarven geplündert wird. Jede Runde extra Schrott. Ich geh mal kurz einen Holy machen, ich bin gleich wieder da. Nein. Wenn du fertig bist. Jawohl. Ich finde das, den Schrott an die Dinge zu geben, gar nicht so gut. Okay. Das muss eine mega Party sein. Guck mal, wie der abgeht. Wenn man die falschen Pilze nascht. Guck. Zittert aber die auch so? Wer? Ja, der Drache, der angegriffen hat. Achso. Ja, ja. Der ist mies auf den Zug. Ich wollte ihn aggressiver machen. Ja, ich habe ihn abgesetzt und wollte ihn aggressiver machen jetzt für den Krieg. Er ist echt stinkig. Leider nicht funktioniert. Äh, achso. Ja, aber das Gebirge formt sich bei dir da langsam. Sieht gut aus. Ja, was Sunny sagt übrigens. Es wäre primär gierig gewesen. Also ich, also bitte, ja. Ja, das zweite Name ist eigentlich auch Mutter Theresa. Ja. So kennt man mich. Ich kenne eigentlich niemanden, der selbstloser ist als du. Ja. Also alle dich kenne, aber ansonsten. Deswegen sagen meine Nachbarn immer, dass ich eine gute Seele bin. Verstehe, verstehe. Ab heute bitte nur noch der gute ist, dass der er. Neue regionale Macht. Emery, hättest du das nicht eine Runde vorher machen können? Ne, er ist ja jetzt neue regionale Macht, weil ihm gerade den Krieg erklärt. Also wegen dem Waag-Ding, genau. Achso. Ja, jetzt hat er nochmal drei, vier Armeen bekommen und ein Stück Land erobert. Jetzt ist er natürlich. Hab jetzt genau, ja. Ja. Der wichtigste. Ja, ja, ja. Irgendwo Rebellion, irgendwo Seuche. Ja, ja, ja. Ist schon okay. Erzähl's, wem den's interessiert. Nein, nicht mir. Der Allerechte ist der Superguteste, ja. Das wird Sansa, ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe mich schon sehr zum Guten gebessert. Das ist die Aschebelge wieder. Ja. Ich denke, wenn ich nichts gesagt hätte, hättest du sie vergessen. Ne, gewartet, bis du sie auf drei ausgebaut hättest und dann hätte ich was gesagt. Ah, noch Snorter. Okay. Gott, stecke ich hart in der Krise hier finanziell. Das kenne ich, Mann. Also theoretisch knabber Niederlage. Ja, dann warten wir, bis der Waag hier groß ist, weil der Waag müsste ja auch in der Siedlung trotzdem durchboxen, oder? Was war jetzt die Frage, Verzerrung? Der Waag fühlt sich ja doch auch hier, oder? Äh, wo ist hier? Ja, müsste. Also eigentlich macht das keinen Unterschied. Aber warte, ich kann ja dazukommen, dann kannst du das fighten. Ja, so. Dafür gibt es diese Armeer hier. Nicht moving. Darfst du das überhaupt? Nee. Ja, wie, nee? Na klar. Ah, ja, naja, das macht jetzt aber nicht wirklich einen Unterschied. Interessanterweise nicht. Weiten? Ja, machen wir, auf geht's. Warum macht das keinen Unterschied? Das ist schwachsinnig, Alter. Naja, weil die Grenzreiter halt einfach alles wegspringen. Bin ich wirklich gespannt, wie viel auf dem Feld Platz hat. Weil theoretisch dürftest du zwei Armeen steuern können. Ich müsste eigentlich dazukommen, ja. Also wenn du jetzt smart gewesen wärst, hättest du die Garnison der KI gegeben. Dann wär ich die KI und du am Feld gewesen. Ich übernehme ja die Garnison. Ja, aber du kannst dich von der KI steuern lassen. Du kannst unten auswählen, bei der Schlacht der KI übergeben. Du müsstest ja theoretisch lassen, was fällt. Ja, in 1.24, ja. Oder in einer Minute eigentlich, ja. Alter, schau, wie weird der steht, Mann. Holy fuck. Ja, das ist, weil er auf die Verstärkung unten wartet. Für einen Österreicher bin ich super nett. Ja, genau. Was Adryok sagt. Für einen Wiener. Ja. Für einen Wiener bin ich super nett. Da gibt es ganz viele Reiter, die ich selber steuern muss. Ja, ist ja widerlich. Ekelhaft. Kannst du sie mir nicht trotzdem geben? Ist ja gehen, oder? Also nein, ich meine theoretisch, ob es geht jetzt. Nicht, dass ich sie will, aber... Ja, ich kann sie die geben. Na ja, dann... Nein. Machen sie das. Guck mal hier. Kannst du dir einen klaren Befehl geben, weil... Die hier siehst du, ne? Was? Die ist eingekringelt in blau. Die da siehst du, ja? Wo? Ah, ja. Die sehe ich. Ja, dann nehmen sie Reiter und machen sie diesen hier, ja, no? Aha, ich wollte den eigentlich wegzaubern. Ja, du kannst ja mit Shift Zwischenbefehle geben, ne? Du kannst den Reiter ja sagen, so erstes Movement hierher oder so, was da... Und dann... Genau. Ja. Und die Gobos stellst du am besten was schon so auf, ungefähr. Ja, und dann lässt du einfach... Ach, komm. Hören sie wieder aufzuzeichnen. Ich fühle mich belästigt. Was soll ich sagen? Das ist diese patriarchale Autorität in mir. Ich wusste es. Wir machen das so. Also das Ding ist, ich komme 1,30 Uhr früher als der Feind. Nein, wir können einfach gottlos überrennen gleich. Also wenn du alles in Bewegung setzt, kann der mit seinen Reitern direkt beim Reinkommen wieder nach Hause gehen. Ja, sehr gut. Jetzt ist er los in Bewegung. Schifft! Get him! Drake Simon! Leer! Heig! Good! Power! Of! River! This shroom will have ya! Wait for war! Your boy begins! Ready! The legend's busy! The power is here! Ready! Chop her there! Oh, please! Blaze! Let old strong! Moving fast! Move the troll hang! Your boy begins! Oh, that's not good! Great Simon! Good fight! Moving fast! Goblins! We are the green toys! We are the green toys! Moving fast! I've done it! Gonna kill him! Come on! Come on! Let's run! Run! Come on! Come on! Let's run! Where's in the green toy! Rücken, 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 Alter! We are the green toys in the sky! We are the green toys! Okay… Let's go! Da reinkommen. Genau so. Das ist wirklich... Alter, guckt euch... Warte, wir machen mal. So, guckt euch das mal an. Guckt euch das doch einfach mal an. Dass der da oben auch so steht, das stört mich aber. Ich meine, guckt euch das. Das ist ja furchtbar. Holy shit. Du musst drücken, 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 drücken. Drück weiter. Na? Es darf nie aufgehört werden, zu drücken. Können wir da nicht einfach den Mond zaubern? Ich muss das nicht, dass wir Ziel angreifen. Ja, wir können doch auch einfach den Mond da machen. Ja, genau. Geh da hin, wo niemand ist. Das ist cool. Ja, da in die Ecke. Komm. Jetzt in Ukraine. Nein. Oh, das hält noch. Alle Masse, Attacke. Vor allem sind beide Kommandanten noch drin. Der eine rennt da gerade weg und der andere, dass der Luft kriegt, wundert mich gerade. Stinkt wahrscheinlich ziemlich. Soll ich ihn noch mal ein bisschen dünner, noch mal ein bisschen langsamer machen. Ich habe schnell gedrückt. Das musst du auch noch machen, ne? Ja, ich schicke dir jetzt die zweite Masse noch ran. Es ist nicht so, dass wir den wirklich hart zu bügeln, wenn er da so ist, ne? Doch, der ist super. Du musst dir das einfach noch mal von oben herab anschauen, weißt du, wie sich das so gehört? Es ist quasi, es ist so ein bisschen wie Findet Walter. Hier, da ist er, guckt. Jedes Mal, wenn man ihn kurz sieht, ist er direkt wieder weg. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwer draufhaut. Ich glaube, die Vettel ist zu fett und im Weg. Ich hau mit dem Mädchen immer wieder mal drauf. Also er kriegt schon Schaden von anderen, aber der Magier macht glaube ich am meisten. Obwohl es geht. Schau jetzt. Erstmal so plus 24 Angriffe für alle, easy peasy. Ja, ist jetzt nicht so viel draufgegangen. Der hat gar nichts draufgegangen, ne? Man muss aber drücken, verstehst du? Ja, meine Garnison ist auch draufgegangen, weil das Wasser auch schon. Ja, die braucht eh keiner. Doch, ich? Ich finde geisteskrank, dass die Demigreifen irgendwann geschmolzen sind nebenbei. Achso, dich hat ein Zauber draufgegeben. Hm, wieder der feine Herr. Naja, war wieder sein Zauber natürlich. Ja, dieser hat er im letzten Slot, der gut ist gegen ihn geführt von 20 Einzelunits. Mhh… Mii 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 Mii. Oh Gott ist der dude-an tactic. told is upstairs. machen oh ja bleib da stehen das ist nett herrlich so gefällt mir das okay schaut ihr mehr jetzt nichts zu tun und meine auch nicht ich würde sagen wir pushen rein ins Empire oder immer eine Autoschlacht klar das schaffen wir ab ins Empire genau du nimmst Marienburg oder so ne ich nehm Marienburg obwohl es scheißegal da gibt es keine Arten für Orks ne ja als Banane ich stelle mich mal schnell so hin dass ich die Garnison kriege und alles andere wenn da was hoch brennt oh ja deine Armee ist übrigens so gut wie gar nicht gestorben ne das macht nichts aber die eine Armee ist komplett weg also das andere ist nur Reiterzeug Bruder ich habe noch immer keine Wildschweinbude man was ist eigentlich los mit mir achso weil die Silberfeste ah hey perfekt ja die ist jetzt 5 nice die Silberfeste meine erste Fünferbude Kunst was geht hallialloh nice 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 alle jetzt wird jetzt wird's dreckig na so richtig dreckig hast du Bock auf dreckig schon oder wenn's sein muss nein brauche ich das Riesen oder nein ich brauche Götzen Götzen geil äh bitte lass mich die Bude angreifen komm schon ich hab das Geschenk selbst gekriegt gerade reingekommen Drunken Pandaman dankeschön du Legende die 5 Nashis oder wie war das dankeschön man ich bin der Stream richtig so hoffe ich hab viel zu lachen hoffe es ist toll die Tribes bereit sind die Tribes bereit sind die Tribes bereit sind ja 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 die das ist wie ist die die 5 level man Aaaaaaah. Alle haben x Blöcke gekriegt. Let's go! Ich dachte, dass du da gegangen bist. Ja. Um. Bro. Ja. Ja. Der hat doch nichts zu tun. Das ist so ne Song. Ach man. Er ist nur mit uns im Konflikt. Nennen wir es mal konflikt. Lass du auf dem Boot steigen und rüber. Sweet. Ja, ja. Das weiß ich, dass der da durch spricht. Aber das war's für erwarten. Ja. Wo zum Kogu kommt der extra her. Ja. Er dachte sich auch, da stehen wir mal rüber. Wie will er das halten? Wenn er mit einer Armee kommt. Wie soll das? Wie ist das halten? Das ist die Frage. Ich kann einer von meinen Leuten runter schicken. Ich hab zwei oben. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wenn ich mich auf dem Boot steigen habe. Das ist die Frage. Freu dich, ne? Wo? Ja, oben bei Archon. Aha, du willst das unbedingt haben, weil es so viel Stuff drin hat, ne? Ich will den Weg machen und da wohnen. Das ist ne Viererbude. Also ne Dreier, wenn ich damit fertig bin. Ne, höchstpersönlich ist drin. Ich befürchte, dass du das nicht durchkriegst, aber wenn der Wagen vielleicht ist. Naja, auf das warte ich ja gerade. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass er aus dem Hintergrund noch was kommt, ne? Äh, ich auch. Und ob deine Gier dich dann am Ende kostet. Okay, komm. Wir regnen aber noch ein, zwei Runden, glühen dann den so aus und dann... Ich verabschiede das. Das ist mein Land. Jetzt ist der Tag. Ja. Jetzt ist der Tag. Okay. Mal schauen, ob wir das Neues entdeckt haben. Hm, nope. Du, der Kugat will mir schon 10.000 anbieten, nur damit Ruhe ist. Ja. Vergiftetes Angebot. Oh, er sagt ein Pyrosy. Das kostet mich fast die ganze Vag-Armee. Guck mal, ob ich wegkomme. Super, jetzt habe ich mehr und kann nicht mit mehr angreifen. Da habe ich nicht mehr. Ja. Wtf. Die Karawane ist da unten durch. Ne, ne, das... Ja, 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 aber... Guck mal. Ja, du gewinnst es. Hi. Ja, gemütlich. Da ist ja keine Mauern drin, das ist nur Gorst. Also Gorst und ne Fullstack Skelly Armee. Das waren... Keine Ahnung. Also Standard Org Garnison, you know? Mhm. Kro... Kro... Garsner. Hey, schau mal. I don't care. Alter. Es ist ihm einfach egal. Er lanscht einfach durch wie so ein Bastard. Yep. Tja, jetzt ist die Frage, ob ich mich gerade ordentlich überdehne oder nicht. Ich verbringe das. Ich verbringe das. Ach, er bleibt stehen. Dummkopf. Gut, damals ist es offiziell. Grimgorg ist besser als Kugat. Zukünftig neuer Nörgle auserwählter. Grimgorg hält das Nörgle. Bring them the shrooms. Hehehe No... Eh, das müsste ich eigentlich... Eh, das geht. Ich kann den hier, ähm... Blitz schlagen. Dann geben mir die zwei drauf, das wär nicht so geil. Ja, auf der anderen Seite, ich bin super schnell wieder rekrutieren, ist auch egal. Hättest du kurz was sagen können, ich hätte die Armee dazugeholt. Nein, nein, nicht ein Blitzschlag. Ja, aber ich hätte meiner dazugestellen können, hätten wir das easy gemacht. Dann hätte er sich wahrscheinlich zurückgezogen, wenn es einen Hinterhalter wäre ohne wirst. Oh mein Gott, ich kann Orks machen, in Runde 81, es läuft. Das ist das Konzept von es läuft, noch nicht ganz verstanden. Wow, das fand ich jetzt unhöflich von dir. Das verstehe ich. Brauchst du hier Support? Wo, naja, wenn du da was, also wenn du was abstellen kannst, also bitter wäre es nicht, weil ich hätte jetzt die Knochenebene fallen lassen, bis ich was stehen gehabt hätte. Also dann move ich mit dem hier. Ich gehe gerade hin, ich muss aber ganz kurz gucken, was da theoretisch drin ist. Ich komme da noch nicht mal hin, verarsch du mich. Ich bin locker 14.000 im Minus, gar kein Problem für mich. Ja, easy. All you want. Quark, sever it about. Get nasty. Das ist mein Leben! Ich bin speziell! Auf der Weg! Das funktioniert! Ich kriege das! Schau dir, Trapportner! Alter, also jetzt! Jetzt habe ich wirklich alles gesehen im Game! Alles! Ich kann offiziell, ich kann mich zurücklehnen und sagen, ich bin Total War Experte! Ich habe alles gesehen! Das ist diese Arschloch-Rebell-Fraktion! Die ist doch standardmäßig im Krieg mit West oder Dings, keine Ahnung! Ja, aber wenn wir die Karawane so früh entdeckt haben, von allen da hinten und wir allen den Krieg erklärt haben, lebt diese Fraktion noch! Der handelt sogar mit den westlichen Provinzen! Der dachte sich, scheiß drauf! Lass die Rebellion mal auf seiner Seite liegen! Da kommen die Grünen heute! Das ist viel wichtiger! Was ist da passiert? Ich habe alles gesehen jetzt! Ich habe wirklich offiziell alles gesehen jetzt! Wow! Okay, das ist stark! Holy moly! Okay, naja, hey! Versuchen wir das hier? Können wir das? Macht das Sinn? Ja, mir ist gar nicht so stark, ne? Hm. Hat der Tamukkan entdeckt? Ne. Keine Ahnung wo er ist, aber... Das sollte safe sein! Ich warte noch bis die Warks voll sind, auch wenn da einfach nur Müll drin ist, aber es ist halt viel Müll! Und es ist unser Müll! Unser Müll! Ja. Alter, ich habe keine Ahnung wo Tamukkan ist. Vielleicht hat er einen Feind gefunden. Nachdem das leider zu schön wäre, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Das ist wahr. Ja. Ne, er hat mittlerweile ein Defensivbündnis mit Achaon und dem Chaos-Zwerg. Also wahrscheinlich nicht. Völlig normal. Völlig normal. Herrlich. Herrlich, was hier alles abgeht. Da kriegen wir da hinten mehr dreckige Black Orcs. Ja, eine Armee hat jede Menge dreckige Black Orcs. Sehr gut. Ey, ich glaube wirklich, ich stehe da schon so lange im Plünder Achaon und die Hütte. Ich glaube, der ist einfach Broke. Also der hat gar keine zweite Armee. Ich meine, ich blühne da eben der 2000er raus, ne? Das ist halt... Ich kann mir das schwer vorstellen. Ey, die KI kann Broke gehen. So ist nicht, ne? Kann auch bei, ja. Aber in der Regel nur, wenn du sie als Vassal hast und ihnen zu viel abzapst. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Bitte, sag nicht doch, wenn ich dir gerade ein Beispiel nennen will wie. Es geht ganz simpel, indem du der KI die Kohle, also wie du der KI die Kohle abnimmst, wenn du natürlich die Buden oder in Buden Kasernen ausbaust, right? Also wenn du jetzt eine Singleplayer-Kampagne spielst, ne? Du baust in irgendeiner Bude zwei oder drei Kasernen und verkaufst aus irgendeinem Nachbarn, auf den du keinen Bock hast. Und dann ist es normal, dass die KI alles Geld der Welt zahlt, weil, oh geil, militärische Gebäude. Und dann kriegst du so auf einen Schlag für eine Nebensiedlung 76.000 oder 90.000 Gold und danach ist er broke. Da kannst du in zehn Runden auch wieder ankommen und sagen, hey, hier, kauf doch die Provinz. Arschlecken. Ich glaube aber, dass das Armee ausheben und das Geld, das sie zum Handeln haben, unerregt voneinander sind. Ich habe so im Dschungel mehrere Heinis gebrochen. Ich habe Itza so gebrochen. Easy. Ich hatte acht oder neun Armeen und dann Verschleiß an jeder Armee. Dann habe ich ein paar Runden gewartet. Also musste ich ja. Dann habe Itza den Krieg erklärt. Alter, alle Armeen halbtot. Also es geht schon, ne? Die Frage ist halt unter welchen Bedingungen, ne? Wenn jetzt irgendwas hast, was halt dauernd plündert oder weiß der Geier. Skarven funktionieren auch gut. Skarven scheißt ja doppelt ran, wenn du ihnen irgendwo eine Bude verkaufst. Auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben oder weiß der Geier, weil ja noch die Essingskosten über Dings dazukommen. Das passt, das passt, das passt, das auch. Das da oben auch. Ja, keine Ahnung. Ich warte da oben noch einer runter. Ich habe das Gefühl, dass Waldenhofer an die jetzt ausgeraubt wird. Einfach, dass ein bisschen Abwechslung ist. Das haben wir eine andere Aufgabe. Bruder, ich reiß die scheiß Bude einfach ab jetzt, na? Das ist... Geht da hin und reißt die Bude ab. Und was ist mit Eschen? Die reiß ich auch ab. Dann lass uns ja noch abreißen. Vor nichts, weil dann ist Blatt endlich tot. Okay. Was ist, wenn es gut ist, dass Blatt da ist? In welcher Welt? In meiner. Ist das machbar? Nein. Habe ich keine. Ich werde da ganz opportunistisch auf Step-by-Step-Basis jetzt auf Krakenhof drauf fahren. Dann verkaufe ich dir die Bude. Für all dein Geld. Ich reagiere sicher so wie die KI. Safe, safe. Ach, come on. Alter, ich stehe einen Meter daneben. Du Arschloch, Alter. Oh, er kommt direkt nochmal. Das ist ja wirklich dämlich. Saved Jacker heißt der. Wer, was? Der heißt Saved Jacker. Wer soll mich sagen? Wer soll mich sagen? Du bist alt wie noch was? Ja. Aber du bist auch alt. Wir sind beide alt. Hä? Entschuldigung, ich bin mitten in meiner Prime. Wovon du gehst? Du ja. Ja, ja. Genau. Geistig. Dieser 14. Ähm. Das sag ich ja. Mitten in meiner Prime. Weiß nicht, was der nicht versteht. Ne, alles gut. Ich glaube, ich hab da was provoziert, ne? Ist immer cool, sowas zu lesen, Mann. Also, auch wenn's jetzt nicht mich betrifft, aber... Ist immer cool, sowas zu lesen. So, schauen wir mal, was hast du denn da provoziert. Naja. Isiangrund. No. Ah, da ist dein Baum, noch eine zweite Armee. No. Ganz entspannt. Ja, mal Hinterhalt, auf geht's. Warum verschleißt du? Hast du schon wieder kein Geld? Ja, nein. Ja, ich hab wieder kein Geld, Mann. Aber ich arbeite dran. Wie kann man so chronisch broke sein? Ja, weil ich, weil ich jetzt groß fett ausgehoben habe. Und jetzt der große Feldzug kommt. Jetzt bin ich schon wieder nicht mehr krank. Hast du schon mal überlegt, mit dem, mit dem Geld zu haushalten, das du hast? Das hört sich doch irgendwie nicht richtig an. Klingt weird, ne? Ja. Kann man mit Klana abzahlen, who cares? Ich verstehe das Problem nicht. Ich bin so groß, dass ich systemrelevant bin. Ich weiß nicht was... Ach, für wen ist die Frage? Für die KI wahrscheinlich. Für meinen Computer. Ach, für den Computer verstehe. Ja, ja. Das ist ja dann. Ja, weil das System und so. Gut. Haben wir drüber geredet. Wunderbar. Ja, wenn ich Geld habe, dann wollen die Goblins noch gar zuhören. So weit können wir es nicht kommen lassen. Ja, ist jetzt gut. Alter, ich habe zu tun. Was soll ich sagen? Also das erledigt sich da unten halt nicht von alleine, okay? Das verstehe ich. Weißt du, was ich richtig gut finde? Bei dir ist Seuchentechnik alles so am Arsch. Dass Grogar einfach eine Seuche gekriegt hat. Der kommt an und da geht es nicht mehr so gut. Und da geht es nicht mehr so gut. Weißt du, was echt geil ist? Dass noch keine Armee eine Seuche gefangen hat. Eher halt einfach instant. Ja, er kommt an und... Ich fühle mich nicht so gut. Da soll er verrecken, die Drecks-Echse. Ich gönne es ihm von Herzen. Oh shit. Ein Miss-Klick. Ah, da kann man noch rote Reißer reinstellen. Oder die hier ist auch okay. So, erstmal Stachelwaffen. Alles gut, alles gut. Ja, ist ja gut jetzt. Ich arbeite hier. Ja, wir nehmen es jetzt so an. Ich bin jetzt keine Trante Kriegsgeführe. Hier, Mann, ich will doch nur ein paar Schrott-Teile verteilen. Komm schon. Das war wichtig. Bestimmt war es das. Bestimmt. So, ich habe es wieder. Go. Also Zulfpa dahinten, das schaut schon nicht mehr so gut aus. Wo denn? Achso, ja, das ist normal. Das ist normal. Ich nehme es weg. Wenn hat er es wieder, dann habe ich es wieder. So ein Spiel zwischen uns. Boah, ich kraschte mal. Komm aus der hinten, ey. Das werden wir wahrscheinlich kämpfen müssen hier gleich. Außer lässt sich auf den Fight nicht ein, dann habe ich kein Problem. Alter, ich habe ein Problem. Tamukan hat mehr als eine Armee. Brokkoli, danke für den Geschenksack. Dankeschön für den Support. Der gönnende Brokkoli. Antivine Master. Das hast du mit Absicht gemacht. My Divine Master. Bitte nicht. Ich kriege nicht in Vietnam Flashbacks. Wo hat er denn mehrere Armeen? Achso, hier. G-Gos hat er. Ich verstehe. Okay, da kann ich mich in den Schwarzfang reinsetzen, ohne dass direkt... Also das muss safe sein. Schau, dann machen wir den hier. Dann gehen wir ihn da so ein räudiges Dreckscamp zerstören. Soll er woanders essen? Dieser Fettbacken-Oger da. Ey, ganz ehrlich, also wenn Greases jetzt nicht die Inspiration für den aus den Powers fieser Fettsack war, dann weiß ich es auch nicht, ne? Ja, das ist... Alter, er ist so fett, er hat seinen eigenen Rollator im Game. Ich mein, komm schon, ne? Ich geh aufs Klo. Ich drück schon mal auf Ende. Er ist so fett... Ist ein geteilter Chat, wird der Hypetrain am Ende auch geteilt oder bleibt er separat? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es im geteilten Chat einen Hypetrain überhaupt gibt oder nicht. Weißt du, vielleicht ist es auch einfach ausgeklammert. Ja, wir haben echt Money mit, aber alle. Aber ihr könnt natürlich gerne, ne? So quasi für die Wissenschaft. Also fühlt euch frei, genau. Aber wir gottlos reinbuttern und dann finden wir das heraus, ne? Also... Man fühlt euch zu nichts genötigt oder gezwungen. Ich mein... Aber jetzt weiß ich nicht, Brokkoli, wenn du Bock hast, zu sagen, so, hey, Alter... Gib mir deine Bankdaten, weißt du das? Aber ich überweise dir zufällig 12.500 Euro. Also, weißt du, nein sagen würde ich jetzt nicht. Na, also... Er ist ja bewusst ein schwacher Bait. O.C., du kennst mich doch. Na? Du kennst mich doch. Du weißt, wie mein Bait sich anhören würde, wenn's wirklich einer wäre. Also wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, aber... Ich muss legit bei euch nichts machen. Deswegen bin ich sehr vorsichtig damit und geh verantwortungsvoll damit um. Damit, wenn der Tag kommt, wo ich sag, hey, Chat... Ich brauch nen Taui diesen Monat, sonst komm ich nicht klar, na? Dann, äh... Dann weiß ich, ihr seid da. Und wenn nicht, mach ich, ähm, drei miese YouTube-Videos. Wie er sie alle seid. Wenn nicht, startet einfach einen günstigen Beef mit mir. Stimmt. Also, da ist heute mindestens schon zwei Aussagen getroffen, die ich für sehr, wirklich sehr, sehr merkwürdig und... und vor allem aber auch verstörend und schwierig empfinde. Also, ich weiß nicht mehr welcher, aber ich werd mir dieses Views hier anschauen. Hast du den Aschebär jetzt immer noch nicht genommen? Du hast mir den immer noch nicht gegeben. Doch, ich hatte dir den gegeben. Ich dachte, du baust mir den jetzt auf drei aus. Unfassbar, Alter. Gib doch her endlich die Bude. Ich hab' dir gegeben, wenn du zu doof bist, das anzunehmen, dann kann ich auch wenig flühen. Bla, bla, bla... Wehe, du hast jetzt. Okay. Also, zuerst frießt er 50.000er von mir, weißt du? Dann nimmt er mir auch noch meine Buden weg, Alter. Es ist einfach wirklich... Ich höre immer nur, dass er sich beschwert. Er ist einfach insane mit dir. Insane, okay? In the membrane. Insane in the brain. Danke. Let's go, weiter geht's. Ich sag' dir schon, wenn's weitergeht. Ja, bitte entspann deine Müsse jetzt. Dieses passiv-aggressive... Ich sag' dir schon, wenn es weitergeht. Das ist eigentlich normalerweise mir vorbehalten, das weißt du schon, ja? Weißt du, wie lange es braucht, diese Kunst zu meistern, ja? Es genau im richtigen Moment, genau so klingen zu lassen, wie du's klingen lassen willst, es ist... Ich sag's dir ganz ehrlich, an mir ist ein großartiger Schauspieler verloren gegangen. Oder Synchronsprecher. Oder Multimillionär. Also, am liebsten letzteres, aber... Ich seh' dich eher wie eine Prinzessin, aber also nein. Okay. Ja, da seh' ich dich auch, Mann. Zwei Zentimeter weniger wär' schwierig geworden für dich, ne? Also... Okay, also wenn wir uns schon auf dem Level beleidigen, na, also dann... Dann weißt du... It's Sky-Love-Bedouine. Ah, herrlich. Wo sind wir hier? Okay, Mister-Vernichter. Alla! Wie hat er mich gesehen? Okay, knapp. Wir müssen's campen. Wirklich? Du meinst, nachdem ich dich darauf hingewiesen hab', dass die Armee da in der Bredouille steckt und du nicht reagiert hast, steckst du jetzt in der Bredouille? Den hatte ich's doch schon da hingeschickt. Crazy, crazy. Aber das machen wir wie immer. Da ist keine Kraft drin, ich kann das für dich nicht gewinnen, na, also... Wie er sagt, ich kann das nicht für dich gewinnen! Da ist die Götze drin! Ach der, der Sacknäher, wie er ist da? Keine Ahnung. Wir müssen uns den Götzen-Namen nochmal anschauen. C-Sack oder irgendwas war das, keine Ahnung. Wie C-Sack, aber halt mit Murmeln. Er heißt einfach da größer. Jaja, aber wir haben uns ja totgelacht über das Trinket da, das auch den Götzen beschwören kann. Und dann haben wir den Götzen in der Armee auch immer so genannt. Ja, jetzt wo du sagst, ähm... Genau. Ich könnte die Armee hier abfangen, mit den... Die Emote-Kombo, Sunny. 10 von 10. Es passt ausgezeichnet. Actually, genau wir zwei, ja. Oho, oho. Nicht da größer, sondern da dreckiger, ja. Uh. Kriegst du den Götzen auch da hoch? Schau mal, wie lang der Waag braucht, wenn du den da hochschicken würdest. Der Rest muss so hoch. Was ist zum Reinkommen? Oh, 324 ist schwierig, ja, okay. Habe ich den Götzen jetzt schon, oder? Noch nicht. Noch nicht. Verstehe. Ist sie jetzt schon soweit? Nein, ich will den abfangen, da ist so viel Arte dabei. Und wir lassen die auch da. Das dauert jetzt halt einfach ein bisschen. Schon gut. Du kannst ja... Du kannst dich wirklich oben reinkommen lassen. Das war nur zwei Sekunden Unterschied, ne? Also 322 rechts, 324 drüben, ne? Das war jetzt nicht so bad. 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 Ja, 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 klar. Aber da stattest du ja dann wirklich hinter ihm. Nein, ja, ja, das... So ist schon gut. Also der... Der Fight wird sich halt... Warte kurz. Der Fight wird sich ja hierher so verlagern, ne? Dann ist so von da rein strömen wahrscheinlich nicht so bad. Aber ja, mach wie du für richtig hältst. Ich wollte nur eine gedankliche Anregung geben. Ist okay. Okay, jetzt kommen wir wieder back to serious business, ne? Man merkt, die Doom & Jokes sind vorbei. Es wird ernst, ja. Merkt man nicht, Kappa, ja. Ja, wir verstecken es gut. Hm? Was hab ich da getroffen in der... Ich wollte schon sagen. Hey, die schießen am Dicken. Direkt mal Anzeige schreiben. trainieren. Hey! 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 Setzen! Let's go! Er macht leckerci. Bewegt die Fiegerchen. Oder machen wir da... Jaja. Wir machen da oben gleich Crip. Jep. Chickt den Dicken direkt hoch zum... Dinge einstampfen. Alter, dank Wanderer Eile kommt er genau rechtzeitig. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, 200% Beschleunigung merke ich nicht wirklich bei ihm noch. Ja, es ist eigentlich das Lachert. Aber es ist okay. Ich meine, 40 Speed, besser als 26. Wenn du mit den Kommandanten tötest, wäre ich so happy. Ja, die Trolle sind im Weg. Gehen Sie schnell! Lachen Sie! Ich will sie töten! Aber wenn du die Trolle kurz raus und dann wieder reinziehst, sollte cool sein. Gehen schon, Brüder. Gerne! Ich bring dir den 32er. Auch gut! dann klatschen wir den zum teil ist der wagen dabei kommen sie der das marschelle links rechts am jetzt aber die spencer schelle klatsch jawohl halb totes das ding ja das kommt hier den anstammt ja der hier ist raus ich gehe direkt auf den tank kann ich alles drehen war zu früh da kommt noch was ganzen kanonen et cetera da hinten sind auch zwei nah aber ja ich komme vor ja 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 Und das Shifter kaputt geht, geht nicht so viel. Oh mein Gott, die Schwarze Aux werden gerade einfach überfahren, ja die sind weg. Kannst du die Sniper da hinten weg machen, mit irgendwas? Ich schicke die Black Ox einfach raus, sollen gehen. Die ging nicht. Also ich hab sie schon nicht in den Kampf geschickt, aber der verdammt Panzer ist trotzdem durchgefahren da. Ja ich meine mit raus vom Schlachtfeld. Geht nicht. Die können sich nicht zurückziehen, weil ich mich schon mal zurückgezogen hab. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Die fahrende Panzer sind einfach eine absolute Katastrophe. Ja, die Masse ist einfach insane. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht reagiert, wenn ich sage, ich greife dann. Drei Meter daneben der Bauchplatsch und den Damager hat er trotzdem bekommen. Ja, den schiebst du nicht weg. Muske. Oh shit. Leider ist ein schwarzer Oktub drauf gegangen. Ich habe sie eigentlich extra auf die Seite gestellt. Daraus konnte ich sie leider nicht schicken. und dann sehe ich den Panzer einfach von rechts nach links fahren und fährt einfach durch. Alles weg. Also zwei haben die überlebt, aber das dürften die nicht mehr packen. Doch, doch. Ist bei Black Ox, glaube ich. Okay, also ist eine ziemliche 50-50-Sache. Also am Schlachtfeld waren sie noch. Sollte fein sein. Zwei Männer. Aber würde mich wundern, wenn das überlebt. Also bei den Reisern war nur noch einer am Feld und ist auch replenished worden. Aber ja, wie gesagt, ist 50-50. Nee, ist raus. Schade. Ich habe neue holen von dir. Oh, guck an, ein Hinterhalt. Ich soll das zwei Panzer nehmen und zieh die unter die Füße schnallen. Rüstentechnisch passt das ja. Geale Idee. Ja, dann wäre er noch schneller, der Große. Das ist richtig. Die Nachricht ging natürlich an dich, weil du ja die Götze gesteuert hast. Das war das Rollstuhl-Ding dann, ja, ja. Ich bin mir am überlegen, noch mehr Götzen zu bauen, ne? Ja, ich baue die Bude mittlerweile. Ah, echt? Cool. Ja, ja, ich brauch... Also ich hätte gerne ein paar von denen. Mal schauen, was die... was die so können. Also den normalen. Shit, habe ich da noch, äh... Das müsste gehen, oder? Ja, passt. Dann kann der Warg da noch regenerieren. Also der Grimgorg-Warg ist ja wirklich wieder der größte Schmutz aller Zeiten, ne? Ja, schau an der an, Mann. Also das ist wieder... Grimgorg bekommt Black Orcs. Ja, da zwei Riesen drinnen, alter. Zitra, okay. Ja, wo Black Orcs? In den Bäuchen der Riesen. Wahrscheinlich. Ja, dann machen wir das nächste Camp weg. Belagert Krokgar gerade einfach die Siedlung? Ja. Weil er schlau ist. Smarte Echse. Oder so. Oder so, ja. Ähm... Was? Ja, aber das ist die Einheitenmasse, mit der das Imperium bei mir die Bude auch die ganze Zeit einrennen will. Ja, ja. Wollen wir tauschen? Ja, klar. Mir ist gerade eingefallen, dass ich einen wichtigen Termin habe. Beim... Ja, verstehe, ja, ja. Orktopäden. Ah. Unglücklich. Oh, Mann. Es ist wirklich unglücklich. Sonst hätte ich natürlich davor getauscht mit dir. Schade, schade. Ja, ist okay. Da muss ich halt über Arfe und quasi hinten an die Bude reinkommen. Reptiloiden, wo kommen die her? Das ist eine sehr gute Frage. Alter, es reicht halt aber immer noch nicht. Das kannst du ja gar nicht mehr zählen. Okopäde. Den schreibe ich mir direkt auf. Der ist schmerzhaft gut. Ja, das. Danke. Super. Stark. Ich finde es vor allem... Ja. Nein. Gut ausgebaut. Top. Oh, shit. Ich anfrage. Ich habe vergessen auf Separierung. Dings. Beigetreten. Ja, dazwischen. Hat sich der Ogre wieder ergeben. Über den ich sehr froh bin, dass er wieder existiert. Ich finde es zu hören, dass wenigstens einer etwas... Das wenigstens bei jemandem so ein bisschen läuft. Ja, ja. Läuft super. Ich mache drei Meter vor, fünf Meter zurück. Ist geil hier. Ist geil. Ist schön zu hören, Mann. Es ist so, yeah, endlich durchpushen. Da kommt Tamo kann, yeah, endlich nach Hause gehen. Was ist das? Das ist halt einfach... Sounds like fun to me. Ja, ja. Du musst schnell etwas machen, was wichtig ist. Das ist wahr, was wichtig ist. Real! Nein! Ich habe echtes Macht. Mein Gesicht in dir wächst. Dass sie denkt, oh, der baut draus, mache ich das kaputt, um ihn zu nerven. So ein Käse, Mann. Kannst du mit der Spine noch ein bisschen weiter vor? Weil ich müsste mich da eine Runde in den Waldenhof reinsetzen. Ich würde dich nicht tun, weil du nicht weißt, was dahinter noch alles kommt. Ja, da kommt alles Mögliche. Alles Mögliche und deren Mütter wahrscheinlich. Aber ich muss den Waag heilen. Ich glaube, ich kann so nah keinen Hinterhalt machen, ja. Das geht nicht. Ich stehe einfach daneben jetzt. Ja, Camp Stands für, Abwehr etc. Okay, äh, dann bauen wir da noch tonnenweise Anti-Large. Für den guten Reptiloiden. Nice. So, dann stirbst du da noch. So, hab ich eigentlich noch irgendetwas hin. Entdeckt. Hast du den Vampir gleich? Sweet. Schon mal einer raus da. Ah, ich habe jemanden entdeckt, hallo. 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 Anders. Keine Ahnung, wo ich die entdeckt haben soll. Die Welten waren daran. Ich habe gerade den Druk hier hinten entdeckt, der lebt auch noch. Wie das denn? Keine Ahnung, aber ich habe auch... Ich habe auch den Worldwalker entdeckt und damit Daniel den Krieg erklärt. Das habe ich auch. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also, entweder kommt er raus und stirbt dadurch oder... Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Du musst ihn alleine kacken, oh Gott. Aber vielleicht ist ja mit dem Imperium und mit Wieseland im Krieg. Ja, und trotzdem macht ihn keiner weg. Yes. Ich finde es eigentlich angenehm, ihn da zu haben. Ich verstehe immer noch nicht, warum du ihn da mit dem Kalt machen willst. Ich will nichts wegmachen, ich will mit der Armee im Empire voran drücken. Um Buden abzureißen. Dass du mal aufhörst mit seinem räudigen Spam, you know? Okay. Also sein Kaff-Spam da. Ja, irgendwo wird er die Bude haben, aber... Weiß der Geier, wo noch. Warte Zeit zum Ausbauen. Deine 14 und 315 km minus. Die Finanzen sind göttlich. Wir haben den Schwemmgriff. 16,8, ja. Bitte, danke. Nächste Runde wahrscheinlich 20. 13,7 bitte. Ich verstehe, lass das Empire doch da einfach randalieren. Geht das Problem nicht. Na ja dann. Also du kannst schon durch und Sachen kaum machen, aber... Ich bin nur 20 km minus, ich muss mich irgendwo hinaus breiten und irgendwas plündern. Dahinten geht immer der Krieg aus. Okay, ja dann. Mach das. Die zwei Armeen die jetzt pushen sollten. Also das war eigentlich nur ein Backup-Plan, was du so auf Caracadrin verteidigen und passt schon, aber... Wenn die jetzt... Wenn die zwei Armeen da oben jetzt nicht... Sag es doch einfach, du dachtest, ich würde das nicht hinkriegen. Ne, 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 das nicht. Da schon vertrauen in dich. Nein, super, 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 super. Bin zu spät. Ja, dass er da mit vier Armeen den verdammten Hügel runterrollt, ist schon bitter, man. Alter, das ist nicht bitter, das ist tödlich. Scheiße, man verreckt wieder der halbe Waag. Aber weswegen eigentlich? Also seh ich halt überhaupt nicht an. Dann fighten sie es. Ach, ich hab da keine Kraft. Oh mein Gott. Weisst du, was ich viel zu wenig spiele bei den Ogern? Ah. Die Säbelzahnerudeltiere. Ja, weswegen auch. Die Dings. Die sind actually gut. Ich unterschätze sie jedes Mal. Ja. Bei der KI. Plus 10 Führerschaft, na. Sich alles killt. Da kann man ja schon viel retten. Mein Tipp. Wald. Also mein Tipp will ich überfahren einfach. Okay. Weil ich, also ich, ich muss reindrücken, weil er in der Zweitarmee Dingsbums Schleuderer hat. Ich seh's gerade, ja. Kannst du, kannst du den Kampf irgendwie in diesen Wald verlagern? Ja, der Wald bringt nichts. Das sind diese komischen Scheiß Dingsbums. Diese, diese Shotgun Schleuderer. Ja. Das ist egal, die machen End-Damage auch im Wald. Ich mein, dass da hinten wär schon Zug, na, aber... Ich bin halt nicht du, na. Also ich, äh, keine, keine Gobos, ja. Keine Bode-Aufstellung, kein Gornix. Muss halt alles laufen. Aber schauen wir mal, ob das geht. Das müsste theoretisch funktionieren. Ja, perfekt. Das wäre wunderbar. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hatte das Feld schon gespannt. Naja, Alter. Irgendwann wird's halt blind, na? Ja. Chat kann es bestätigen. Ich glaub dir das schon. Hat es schon aufgemacht. Ich sag's dir ganz ehrlich, am Anfang waren wir ja so oft, ne, ja, keine Ahnung, was so. Lass mal was selber machen und das wird schon. Und, Alter, du hast einfach keine Kontrolle über 60 Einheiten. Das funktioniert einfach nicht, na? Es ist einfach viel zu viel. Ja. Und deswegen ist auch gerade gut, dass wir die Orks, also dass wir die Orks, mit den Orks gestartet haben. Gucken Sie sich auch gegenseitig ein bisschen. Ah, hey. Der weiß ja echt schnell, was er macht. An der Stelle musst du ja sagen. Achso. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, schön. Ich dachte, da kommt jetzt einfach noch was. Ja, eigentlich wollte ich auch noch weiterreden. Und dann dachte ich mir so. Ja, ja. Es klang auch so, es wird dann noch was kommen. Eigentlich so eine gute ist eigentlich so. Stelle für guten Joke. Lass, lass den mal machen. Ja, dran kommt er rein. 27 Sekunden. Okay. Magst du schneller? Ja. 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 Ja, das hier. Ist gut. Scherz Waldschleicher noch. Ja. 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 Die Wuchenschüsse rennen verdammt nah zusammen und wenn die Schleuderer da ordentlich reinwadern. Er hat nicht genug Muni um alles zu killen von dir, er geht aus der Ammo. Bruder schießt einfach durch den kompletten Wald durch, wem will denn das erzählen? Er steht sogar im Wald und schießt. Ich seh nicht wirklich, dass ich Schaden mache. Du nutzt hier ein bisschen wenig Wald. Ich wollte erstmal schauen, dass sie stehen und dann alles andere. Ich würde sie trotzdem vorschieben, um die Urge möglichst in den Wald zu lassen. Also voll rein. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Schneller. Ega, dann kriege ich keine Armeen mehr. Nein, ja, ja, nein. Banscho, mit schneller. Ega. Also mit Bananen, das sind alles Moschatz. Alles Anti Large hier. Da, da hast du jetzt eine Lied gehabt, na. Wir haben mal richtig gut getroffen. Wir stehen ein bisschen sehr eng, aber wir schießen nicht auf. Wir schießen nicht auf das andere was gut. Wir kriegen so links oben irgendwo eine Gobbo, einer durch und naja gut, ist auch egal. Das dauert zu lange. Ganz hinten rum. Könnte, aber bis dahin ist die Mutti wahrscheinlich alle, ja. Ich geh da noch nicht groß rein, weil... Macht wenig Sinn. Ja, aber die Range könntest du so hinstellen, dass du schon mal was tut. Die schießen gerade auf die Ersenwände. Sie werden in der Nähe. G busca! Nachs מה! H생ige ich. Anh in die Naaren! Du bistl charaniert! Sie ist die Beslauf, nio. Sieh! 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 Los geht's! Los geht's! Stab uns! Charge! Sticker's ready! Run, boys! Where is gobbels? Sticker! Drop us out! We're the Greintide! Let's grab! Nice to cast. Ah, that's good. We're the next one! We're the next one! The trees fangen teilweise ab, but it happens very often. The trees are ready! Time for slow running! Move fast! Move fast! Run! Move fast! Move fast! Move fast! Ja, bis ich da bin, sind die Muni alle. Sticker's ready! Move fast! chilli- Ja, bis ich. Mach auf! Mach auf! Mach auf! Chilich! Ich will, dass die Vagarmähe immer ein bisschen am Leben ist, weil die ist schwieriger zu hacken. Alter, stirb einfach du. Let's do this! Wo hat der noch was? Ist schon vorbei. Ungebrochenes, warum ist noch kein End? Achso, weil du noch nicht geklickt hast. Du siehst es noch nicht, ja. Hier begleitet das rausgehen, guck mal. Da fällt sogar einer auf die Fresse dabei. Ja, ist ja die Lust, das zu verfolgen hier. Hallo, was tust du? Lauf. Ja, slow drauf. Wundervoll. Wundervoll. Hoch im Wald, völlig nutzlos. Ja, aber die Schrauteile sind halt übel, die sind schon wieder rausgekommen. Die, ja, aber die kriegst du mit der Autoschlacht, glaub ich, einfach weggeklickt. Ah, er kann sich problemlos zurückziehen. Ah, das ist gut. Ich hock da quasi im eigentlichen Hinterhalt vor seiner Bude. Ja, aber ich wäre auch, also auch wenn ich außen rum wäre, ich wäre nicht schnell genug der Augewissen. Alles vorhanden passt schon. Ist halt noch nicht mal im Vargi irgendeine Kaffa oder irgendwas. Keine Black Orks, kein gar nichts. Einfach Gobos, ja. Ja, der Vargi ist schon mega low. Also, dass halt noch nicht mal irgendetwas anständiges drin ist. Sehr gut, China Man kommt über die Berge. Ja, hat er nicht genug zu tun mit dem Skaven. Jawohl, sehr schön. Setz dich wieder rein. Wunderbar, jetzt bist du tot. Das war die falsche Felserfesterung. Ich bin der Warlord. Nichts der Warlord als Maul. Komm mit deinem Chef, dann kommt es richtig. Grimm in die Grimm in die Gork. Yikes. Oh, da kommen zwei, da kommen zwei, da kommen zwei, da kommen zwei. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Das ist so... Och Gott. Und here we go again, Chat. Mit wieder 20 Runden in der Freigrafschaft rumsitzen. Eine entscheidende Niederlage, wie du warst. I wanna see that. I don't think so. Weg. Denk am Ende immer klöppeln. Weg. 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 Diese Magie ist echt! Gute Magie ist bereit! Immer noch zu wenig? Das funktioniert! Alles, was du sagst! Ich drehe raus. Die Geheimnisse sind schuldig. Nichts, nichts. Red mit mir selber. Alles gut. Die interessanten Gespräche. Ja, ja. Guck. Wie sollen wir das machen? Ja, guck du mal hier. Suche Ignoranz tut mir leid. Das ist gut. Ich sehe, dass die Geheimnisse erlösen sind. Das ist gut. Ich sehe, dass die Geheimnisse erlösen sind. Also scheiße. Tamu kann wieder nicht schon in der Base sein. Ich dachte, jetzt kommt ein Hinterhalt aus. Für 0,5 Sekunden. War so, uff. Kriegt der Verstärkung von dem? Warte, 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 warte. Die Rebellenarmee verstärkt ihn? Verarscht du mich? Ich bin nicht. Ah, nee, das sieht nur so aus. Ach, kack. Jetzt habe ich aber schon abgebrochen. Naja, er wird die Siedlung einnehmen oder du kriegst sie dann wieder. Hä? Hier im Wasser. Achso, ja, das übt mich halt nicht. Achso, du bist da drauf gefahren. Achso. Ich wollte. Ja, danach sind das andere Rebellen, also. Aber ich kann dir was zur Seite stellen. Ich habe da oben eine Armee gebaut. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Also war es knapp, oder? Ja, super. Wie soll das denn jetzt wieder? Ne, ich habe abgerückt, wenn zurück, bevor ich ihn erreicht hatte. Ah, ja. Gehe keinen. Jetzt müssen wir kämpfen. Na, gewinne Sekunde. Was macht er da? Nicht da rüber tun schaße das geht wirklich hast ja reudig danach nimmte die büder hier an der woche naja machen wir ja cool ja wenn schreckensfels weg ist was das für ihn ja okay ja das wird wild das wird wild ich habe habe ich ihm die rüstung gegeben nein ich glaube nicht hat dass ich vielleicht trotzdem könnte sein dass ich ihm gegeben habe vor ewig kehrt mal um munition aufzufüllen das coole ist die fettesten einheiten die er da drinnen hat bringen ihm in der garnison also gar nichts noch ja deswegen glaube ich es auch an ich würde sogar fast sagen ja das hat sehr schön wird wir sagen du entspannst dich und lässt einfach mal mit die katapulten die fetten beschießen und dann irgendwie packt das siehst du siehst du meine sind da in der wand ja ja da hinten irgendwo ich habe sie gegriffen ich sehe nicht ich glaube du musst sie da irgendwo wurde das auch zu also das ist der einzige eingang hier geht es dauert ewig ich will sie da nicht reinlassen dann mach hier ja dann stelle ich stelle ich auf die seite mit der mese ja sehr smart hallo hallo ok hier darf ich auch nicht da dürfte ich das ist auch wieder mal bescheuert 520 ist heftig ja vor allem ist wirklich die beschissene Seite weil überall zu ist und mehr Tauern äh lass da drüben fuck jetzt was naja wahrscheinlich eines der neueren Schlachtfelder naja also schau mal na also kennst du die Festung ich nicht weil das hier ist eine Hochelfen Kislev Festung aber als Ork Ding ich kenne die Festung ja aber ich glaube nicht von den Orks ja ich könnte die Türme einfach kaputt schießen dann habe ich das Problem nicht oder ich greife da einfach drauf ja einfach die Gruftwachen wegzaubern mit den Kalpulten die Fetten beschießen weil ich glaube nicht dass die rausschießen können und dann ist alles was übrig bleibt was du tun musst halt die Necropole Rita machen das geht schon ja habt ihr noch Spaß alles noch gut alles noch gut ich ziehe ja schon mal runter außer links aber das sind keine Tower oh shit der kommt auch bis hier rüber ich fühle mich gut unterhalten das freut zu hören das ist ja drei Minuten hat also nichts geschrieben hallo ach der wird alle tot umgefallen das muss nichts haben warum schießen die Tauern auch da ist keiner mehr danke er spartet die Muni es ist wasted na ok doch nicht es ist so bescheuert man geht immer so einen Zentimeter hoch bei der KI natürlich wieder instant übernommen ja er schickt die jetzt rüber die Hälfte unten dann kannst du da durchgehangen ich stelle irgendetwas hin was du dass die Spine hinstellen oder so machte kein Damage naja er wird eh beschossen gerade passt schon kannst stehen lassen naja wir machen es eh ich kann denen halt neue Muni geben weißt du ich hab die äh easy geil zweimal das heißt ich kann da einfach durchballern sehr gut sehr gut alter ich gebe sie dir dann sowieso was zu tun machen wir das normal ist dir jemals aufgefallen schau mal das kaputte Tauern einen scheißhaufen haben ne witzig ah das ja das glaube aber nur wenn die Orks das gewogen machen ja ja das ist wie damals oder die also geht ja eigentlich immer noch Orks können ja quasi in die Bude scheißen wenn du irgendwas ausraubst ja ja ich überleg grad ob es nicht smarter wäre da vielleicht den Army loss zu provozieren aber hm also für die Konstrukte etc naja das ähm ja ja mach das sorry schieß auf die auf die kleinen Units oh man das Ding frisst gut Damage naja das ist ein großes Target das wird nicht verfehlt ja ja das trifft schon gut ja ja denn das das ich stehe grad still ne ich versuche mal nicht zu provozieren ach schau dir das an das echt das ist echt ok das hätte ich mir jetzt nicht gedacht jeder jeder Shot trifft einfach ja 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 das packt da irgendwo also man merkt dass die Kallis wegziehen will aber es geht einfach nicht ja ja Ja, die haben die Bomben in den Sammerdett. Ja. ja das war's wäre natürlich noch besser wenn es uns diens persönlich werner der steck Da kommt er, wird das nächstes abgeknallt. Was zerfällt das Ding? Feuer einstellen? Ja! Ja! Ich bin schnell! Ich bin schnell! Die Schmerzen sind bereit! Ich werde ihn verletzen! Ich werde ihn verletzen! Nicht gierig werden. Ich schick eh schon Sachen rein, alles gut. Ich glaub das auf der Mauer meine ich. Ja das ist so geplant, ich will die Bogenschützen da dann gleich hinstellen. Ja nur noch 3 Heilungen, also jetzt nur noch 2. Ja. Oh shit, die schießen die ganze Zeit mal rumschützen. Das hab ich nicht gesehen. Ich muss wieder voll mit Ammonie. Oh, geht wieder was. Okay, bitte stopp uns! Ich geb dir das andere Call of Duty auch noch aus der Wargarme. Können Sie zur freien Verfügung arbeiten, Sir? Sehr gut, sehr gut. Oder wie du sagen würdest, yes boss? Yes boss. Ja Gott, den ersten Riesen da hinten haben wir auch gleich. Rennen die fiesen Schlitzer gerade wirklich wieder raus, um auf der anderen Seite wieder die Leiter zu nehmen? Seid ihr bescheuert? Ja, ja. Find man ja. Das frage ich eigentlich, natürlich sind sie gescheuert. Wurde nicht die Wegfindung verbessert. Ja. Ich weiß nicht für wen, aber... Nicht für... Ja. Das ist wie mit Hausgemachtem Essen, was dann in irgendeinem Haus mit schon gemacht worden sei, ne? Ja. Wurde ich am liebsten, gehen wir mal nicht rein. Du bist da ein bisschen zu weit vorne, ne? Der Knochenriese schießt schon. Ja. Ich komm da eh eh nicht mehr raus jetzt. Das heißt, ich... Hier jetzt rein. Alles okay. Wenn ihr die ganze Zeit schon bearbeitet. Er hat halt zwei. Ja. Oh nein, ja. Oh, ich weiß nicht. Wurde ich schon, wurscht. Der kommt hier raus. Der ist gebraucht. der hört von dir. Boah. Alter, der schießt da für spiele, ne? Das ist da richtig weh. Jep. Da ist das auf dem Kommandanten da. Da ist das auf dem Kommandanten da. Ja. Knochenriese schäfer! Ok, Knochenriese rieb. Ah, der Erste zumindestens. Und der andere steht irgendwo so. Der wird schon sterben. Der ist, dass die Katapuccia wieder so auf Weihnachten vorbei. Das war zu lange, hält er das nicht mehr aus. Oh. Ja, wohl, Leggy Leg. Oh, bless! Bläh! 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 We is gopups! Gonna kill him! Bläh! Bläh! I will kill him with magic! Bläh! 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 ja schon beballert von den katapulten ja ja das dürfte sie finischen zu sein dann zu refill noch mal oder war es das ich kenne noch mal müsste aber zurückkommen ich denke bis die leer sind ist der verschleißer da und kämpft immer so eine sache aber kann sein das kommt noch mal der halle an Ich werde ihn nicht mehr erleben. Geil, meine Kiel haben doch gerade Badis. Ich habe die Explosion auf den Weg, die Ding hier. Das ist sehr schön. So, da geht's. Die sind raus, perfekt. Sehr zählt. Es ist nett, dass ihr noch so wenig Führerschaft trotzdem noch habt und dann immer noch weiterhin da steht, obwohl ihr schon heftig verschleissen solltet. Aber lasst euch Zeit, ich lasse mich gerne abknallen, super, danke. Ah, da hinten noch, ja. Wirst du auf die Chariots draufzaubern oder irgendwas, irgendeine Kleinigkeit? Ja, mach ich gerade. Na, dann denk ich dann auch mal. Ja, ich bin glaube ich dran. Es reicht dann, wenn sie ein Damage bekommen oder so. Gut, sind die weg. Haben wir es jetzt? Müsst ihr eigentlich? Something's fishy, ne? Irgendwo der fette Knochenriese, den wir halt nicht sehen. Ah ne, beide tot. Na, es hat drei. Na, gehen wir einen Spot annehmen, vielleicht das Buggy. Da ist auch noch ein Plan. Ich glaube, da hängt er einfach irgendwann nochmal ein. Ich mach mal schneller. Ah. Puh, irgendwo im Nirgendwo. Ja, wer weiß der Geil, was da noch stand? Ja. World Conquest, Ziel des Runs? Ne. Das Ziel ist es, gemeinsam Spaß zu haben. Bis zum Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wird's langweilig langsam und... Den haben wir zwar noch nicht erreicht, ne, aber... Ich glaub, wir hören eher vorher auf, weil wir's nicht mehr sehen können, ne? Ja, ja, das glaub ich auch. Und dann ist endlich Scalvin' Time! Yes, yes! Denkt er. Ja. Oh, Spiel abgebrochen. Nexus wurde ausgeschlossen. No Joke? Steht bei mir, ja, warte kurz. Ja. Ich werde einfach Auto gekickt. Mir steht Warte auf Beendung des Ladevorgangs des anderen Spielers. Und mich jetzt einfach ins Hauptmenü zurückgeballert. Kannst du mit dem Key nochmal beitreten? Äh, ja, ich kann's probieren. Der Chat kurz hierher. Oder jetzt Ende, ja. Wenn du wieder verbindest, hat Primi bereits die Hälfte deiner Gebiete eingenommen. Es ist ein Hinterhalt. Ja, daweil muss ich gar nichts machen. Spielbeitritt gescheitert, Host antwortet nicht. Hm, das ist jetzt ganz schlecht. In der Schlag kann ich's speichern? Nein, ich muss jetzt einfach auf dich warten. Das ist... Boah. Ich muss sagen. Ja, Spielfortschritte wird nicht gespeichert. Witzig. Witzig. Was, ob ich das nicht wissen? Ja, war doch okay. Ich mein, war doch ne einfache Schlacht. Ja, ja, es geht nicht um den Schwierigkeitsgrad. Es geht mehr darum, dass... Kann ich dich jetzt einladen? Hä? Das Freund einladen ist einfach weg. Gut. Ich starte mal das Game neu. Ich mag auch schnell. Okay, anscheinend starte ich's nicht neu. Ich crash es neu, weil einfach beim Spiel verlassen das... Game crasht. Awesome. VC-Banner. Einfach zu gut gespielt. Da ist der Cheat-Verdacht natürlich naheliegend. Weichkopf gegen die Welt, gegen KI. Oh, betrogen. Ja, aber das ist doch egal. Nein, nein. Das, ähm... Geht so nicht. Steam ist da und das ist es. Wie ist Steam da? Also die, die... Ja, na die, die... Die Social Features von Steam sind da und deswegen... Na ja, das sollte ja... Gleich behoben sein. Okay, dann mache ich jemals einen Cut für euch auf YouTube... Ja. Und wir gehen da mal strrrrlern. So, für euch auf YouTube Cut Ende. Und dann springen wir direkt rein. Jetzt hoffe ich nicht, dass wir noch einen Fight hatten, den wir noch machen mussten. Ja. Und sorry für den Absturz, aber Steam hat sich gerade entschieden, irgendwie eine Friendlist neu zu laden. Was uns beide gekickt hat. Wahrscheinlich... Wartung. Wartung. Ja. Achso, ja. Ja, ja. Es ist Mittwochnacht. Äh, ja. Ja. Hätte er auch machen können, wenn wir gerade... Frisch geschweichert hätten, aber... Ja. Dann haben wir... Naeben! Zuerst klautete ihr das Geld im Summer und im Winter Sale und jetzt auch das noch. So, du kannst dir... Rrrrrrrekt... Wo bin's denn? Wo bin's denn? Ja. Werde ich. Aber... Du kannst direkt klicken, ne? Hä? Du kannst direkt klicken. Ende der Runde speichert er immer. Ach, das ist... Ja, 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 ja. Bin ich sicher. Trich schnell. Äh, ja. Der Typ in Waldenhof kann nicht move'n, alles gut, ja. Du hattest... Du hattest... Da habe ich den Shit gerade erst eingenommen, ja. Ja, ja, ja. Passt schon, das ist die Runde. Ist der dead? Aaaah... Ja, da sind drei Dreh da draußen. Ja, ja, das müsste stimmen. Oh mein Gott, das ist der Fight, ne? Der wurde nicht geschafft. Kannst du dann noch in den Enterhound gehen? Hier? Die sind beide im Hinterhalt. Ach, ja. Ich sehe das nicht. Und die Armee hat er dann angegriffen, ne? Ja, aber dieses Mal schaffst du's. Ja, aber dieses Mal schaffst du's. Die hat mir vorhin auch geschafft. So ist er nicht. Nein, der Hinterhound schaffst du... Achso. Na, schauen wir mal. Wenn nicht, ich gehe da... Ich kann auch den Schrott reinballern für verstärkte Waffen. Für even more anti-large und dann ist das vielleicht wegklickable. Klickable. Gut. Cool, dann kann ich den da unten, der Krok... Krokgar hier trotzdem noch reinballern. Mhm. Ja. Das ist weglaufen vor Tamokan, ja. Before you say anything... Hm. Das sind trotzdem fünf tote Örkse, aber... Pfeif drauf. Dafür ist jetzt wenigstens komplett weg. Weil ich hätte ihm danach ja nicht angreifen können. Passt. Bruder, ist da Action bei mir? Läuft, ja. Zwiebelbrot, das... Zwiebelbrot, das einzig wahre, sagt Kark. Alter, Knobibrot. Na? Also selber Knoblauch pressen und dann ins Brot reinschmieren. Also bisschen Butter drauf. Und dann kurz paar Minuten in den Ofen. Hm, ja. Da ist der heiße Scheißkart. Mhm. Das ist nach Frauen kommt und Frieden will. Das ist so selten. Na, dann will mir jede zweite Runde 10k ins Gesicht drücken. Ja. Ich meine nicht hier in dem Lauf, sondern allgemein. Ah, ja. Was meinte ich, ja. Weil er fragt immer dich, dann fragt er mich, dann fragt er mich, dann fragt er mich. Dann fragt er mich, dann fragt er mich, dann fragt er mich, dann fragt er mich. Ne, das ist ein anderer von halt. Okay. Wenn ich dieses Mal hätte nichts wegsteht, oder wie? Trüßchen. Das magische ist echt! Ja, dummy. Alles davon absolut legitime Vorschläge. Uh, was machst du denn da drüben, heiler? Achso, da hockt Morse auch, oder was? Ja. Weird. Morse hat große Ambitionen. Schaut so aus. Also das ist die Schutzrüstung des Maschinisten, warte, die brauchen die nicht hier. Das wieder ausziehen, Kollege. Ich hab doch mal eine gekriegt, sweet. Schon ein bisschen geil sagst du, ja? Genau. Ja, also ich mein, die Katapulte einfach wieder auffüllen, während du die ganze Zeit reinbombst. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Pretty cool. Pretty cool. Okay. Okay. Ihr merkt auf YouTube, na? Am Streamen wird spät. Die Witze werden flacher, dümmer. Versteh ich auch nicht, wer du bist. Das ist mühsam. Wie bin ich denn, Alter? Was bist du denn jetzt so? So wie du gerade. Mühsam. Merkst du was? Na, okay. Ganz ehrlich, richtiger Heiler. Ja. Ja, wenn du in die Armee noch brutzeln. Möchte ich die Spinne mal schnell stecken, ne? Hey, wait a second. Hey, wait a second. Ich darf ja angreifen. Ach so, ja, 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 ja. Aber Achaon hat mich jetzt nicht angegriffen. Ah, ja. Es ist witzig. Immer dann, wenn es per Zufall abstürzt, passieren... Nein, nein, nein. Nein, das ist alles real, der Chat. Das ist alles real. Amokan hat sich auch in Luft aufgelöst. Keiner weiss, wo der hin ist. Nichts gefakt hier. Aber wenn es schon abstürzt, nehmen wir halt so, wie es kommt. Also, wir können es nicht künstlich wieder herstellen oder so. Das ist auch blöd. Und die Vorteile nehmen wir einfach mit. Einfach Pech vom Spiel. Ja. Oder die Nachteile, wenn die Karriere woanders hingeht. Ja, genau. Und sie nicht ändern. Laber neu. Nein, nein. War ein Joke. Ich stelle die direkt schon mal von Anfang an richtig hin. Und sie direkt auch haben. Du sagst richtig. Ich sag falsch. Wo hast du es jetzt hingetan? Ja, aber du weißt schon, dass du das Problem hast mit den Türmen da, ne? Mhm. Aber die sind ja gleich nicht mehr. Okay. Ich versuche es. Also, das Ding ist, ich glaube, das Ding ist, warum die so gut treffen, ist dieser beschissene von unten nach oben Winkel. Weißt du, was ich meine? Kann ich dir das... Weil die schauen ja eigentlich irgendwo so, also Höhe hier irgendwie, weißt du? Also das ist ja die Sichthöhe irgendwie. Soll ich den Tower trotzdem wegballern? Ja. Wo du sagst, der Pfeift drauf. Okay. Ah, schau, das wird diesmal sogar auch weniger Leben. Der eine hatte schon immer weniger Leben. Ah, verstehe. Dann war ein Fehler. Er war richtig beschissen, der Zauber. Der Spell ist tot. Sturmtrain! Run ihn! Der Rechte schießt leider auch noch auf dich. Du hast es viel zu weit rechts gestellt. Der hier. Der hat dich auch noch. Ja. Ich glaube, ich hab es einfach zu weit gespreadet. Das war ein Problem. Naja. 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 Jetzt bin ich wieder raus. Okay. Der erste steht gleich wieder. Ja. Du hattest recht. An den Bauer ganz rechts habe ich wirklich nicht gedacht. War mein Fehler. So, ich bitte dies zu entschuldigen. Passiert. Er steht da oben. Er hat einen Winkel. Ich glaube es kaum. Oh shit. Ja, der steht gut, Mann. Ja, nicht für uns. Aber. Guess what? Der müsste eigentlich in Reichweite sein. Ja, dieser. Möge das Bomber dem Ohr beginnen. Herrlich. Oh, da dreht er um und geht. Na, schau an. Und dann schon haben wir keinen Bock, dass die Gobbos ins Gesicht fliegen. Nachvollziehbar irgendwie. Oh, okay. Das sind unpositioniert. Ja, die Gobbos sind aber wirklich fies. Die fliegen ihm genau in die Nüsse. Die sind nicht enttäuscht und ich glaube, der Akkommens. Das ist ja das Problem, ne? Aber ist trotzdem sehr zielstrebig, muss ich sagen. Das ist ja auch nicht so. Absolut jeder Schott geht einfach in den Beckenbereich. Ja, die schießen noch nie. Das ist ja alles anders hin, ne? Nicht einer. Okay, jetzt fliegen sie mit den Hintern, aber auch nur, weil es sich umgedreht hat. Ich dachte, ich halte dich da am Laufenden. Na, ist ja doch. Wichtig ist das zu ließen. Das ist ja wichtig. Ja, ja. Was hast du da? Disziplinarische Maßnahmen oder so. Ja, weiß man. Glaub ich lieber die Gedanken, geht's. Das läuft nicht so glanzvoll hier vorne. Das läuft nicht so glanzvoll hier vorne. Ich kann einfach auf den Riesen schießen und die hinten einfach beides, weil die Sphinx so gut im Weg steht. Oh mein Gott. Die uschappt, die du schon. Ah, ich habe keine Schleuder mehr hier reingeladen wie Kriegs. in den Barg dieses Mal. Die wäre zu spät gekommen. Die wieder? Die wäre zu spät gekommen. Also, die haben wir letztes Mal, glaube ich, ein oder zweimal geschossen, nachdem sie richtig stand. Ja, nein, allgemein im Barg habe ich keine mehr reingeladen. Im Barg? Achso, so meintest du das. Oh, bitte. Alter, weil sie versuchen, den Riesen in den Arsch zu schießen, treffen sie die Kopfe von der Sphinx. Also, das ist wirklich hocheffizient, muss ich sagen. Oh, scheiße. Ja, wir sind die Kopfe von der Sphinx. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Oh ja, Schluckmann hat er gesagt, sorry, dass ich nicht reagiert habe. Nichts, nichts Geld, also hat ihn halt gewünscht. Oh, der hat einfach fröhlich geschossen, die hat das nicht mitgekriegt. Los geht's! Terror-Boys! Der Knochenriese ist fast leer. Ich hab den Vorhang gesucht, Chatter hat sogar darauf hingewiesen, Alter, ich hab den nicht gefunden. Der stand für den Kamerawinkel so perfekt, also hinter dem bescheuerten Baum da. Ich dachte nicht, dass sowas vorne steht, ne? Alter. Das ist jetzt schlecht, dass ich die Schlacht so viel schlechter abschneide. Keine Armee in der Nähe ist da. Ich werde die Lava töten! Ah ja, jag rein die Jungs, also den Barker. Der ist noch ne große Scaven-Armee daneben, deswegen wollte ich das möglichst einfach spüren. Und deswegen war ich so happy vorhin, dass ich das so gut hingekriegt habe. Ja, ja, ja. Aber theoretisch kannst du rausziehen, ne? Und ich hab da Punkte machen lassen, bis auf die, äh, äh, Bogenschützen. Ich renne da wieder einmal, da wird jetzt mal weiter. Die Infanterie hat ein bisschen sehr heftig gelitten. Schäfer ist Riep. Ja, schau. Also Lopp ist schade, dass der nicht runter kam wie vorhin, ne? Das sind immer neue Sachen. Schade! 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 Was habt ihr parliert? Schade! 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 Die célechte! Das Pachtel! Da kommt die Druck zu an. Wo steckt die denn, die Schnarchnase? Ah, hier mittendrin, du kommst nicht weiter, weil da alles im Weg steht, wie immer. Ja, bricht schon. Bricht da wieder so komisch wie vor, ja. Leider viel mehr, aber es bleibt mir nicht viel anderes übrig. Ich meine ganz ehrlich, dass die Schlitzer das überhaupt noch überleben ist schon stark, also für das Stadion im Game wo wir sind. Ja. Aber ja. Das stimmt. Ja, die haben ordentlich gegen die Hell, aber es ist nicht alles da oben gekämpft, also. Ja. Auf die ganzen Boosts und Forschungssachen und so. Verdammt stabil. Na ja, plus acht wieder. Ja, ja. Einfach nur so auf Nummer sicher. Ja. 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 Das liegt aber auch daran, dass ich ein Forschungs-Ding habe, die kriegen 10% mehr XP. Ja. Ah, bist du... Ja, klar, du hast schon durchgeskillt, ja. Ja, ja. Nein, nein. Das ist der Fraktionseffekt von Skarsnik. Ja. Ach so, die Dings-EP. Ja, ja, ja. Ja, hast du ja beim letzten Mal erwähnt, ja. Ja, also auch das. Also ich teile XP und dann ist der Fraktionseffekt noch das allgemein mehr XP hier abgegeben. Also alle Helden erhalten 10% mehr XP. Verstehe, verstehe. Dementsprechend schnell leveln die halt auch. Deswegen habe ich auch viele Helden dabei, deswegen sind die Mages in der Regel auch immer gut, weil die brauchen halt nicht lange, bis sie gut sind. Ja. Cool. Ich bin mal gespannt, wann der kommt. Okay, jetzt haben die das hier ganz anders gemacht, die sind gerutscht, die waren nämlich ursprünglich daneben. Du lässt das wissen, hm? Ne, ich geh mir da nochmal flat holen. Für den ist wieder... Ist schneller da, Boni. Ja, perfekt. Also willst du ihn löschen oder nicht? Ja, mach ruhig. Ihr weniger, desto besser. Und gehen auch mal alle Helden, das ist schon gut. Okay. Was ist der Plan? Abwarten. Ich stelle mich mal einen Hinterhalt neben dich. Gar nicht. Ich darf nicht. Ja, wir sind zu nah an der Siedlung, aber warte... Nein, wir sind zu nah aneinander. Naja, es ist ja auch die Siedlung. Ja, ich kann mich aber an meine eigene Siedlung sehr nahe heranstellen. Bei deiner Siedlung aber nicht. Ja, ja. Und du stehst in Ashen drin. Ja, also es ist die... Vorne ist es die Feindsiedlung, hinten ist es deine Siedlung. Ah, jetzt geht's. Also nicht. Doch, doch. Ich bin im Hinterhalt. Lösch ihn. Jetzt stelle ich mich. Ich habe mich daneben gestellt schon. Wenn du angegriffen wirst, geht der hier rüber. Müsste ich ja... Ne, da geht's nicht. Interessant. Bei den ganzen Armeen in den Bergen kann ich Max-Movem und Hinterhalt machen. Wie geht's nicht? Ah, wird schon reichen. Aber das Ding ist jetzt, wenn der Empire-Lappen jetzt wieder durch will, muss auf jeden Fall mal oben Waldenhufe einnehmen, na. Das kann man jede Runde für 600 reparieren. Kann man immer ein bisschen ausblocken, da. Pyro sieht, wo mir nichts stirbt, außer... Teil der VARG-Armee. Die wäre ich aber gar nicht. Warum... Warum hast du nicht sofort was gesagt? Ich habe doch da oben eine Armee stehen, Mann. Ich hätte dir einfach in Maßstelle herunterschicken können. Du hörst dir nicht so nach. Ich kann die in Maßstelle herunterschicken, das wäre sich ausgegangen. Na, ist schon okay. Swacken wir schon hier. Du willst zu fighten, oder was? Ja. Ja. Sorry, ich dachte ich kriege das mit Autoschlag geregelt, weil ich halt noch alles drin habe. Deswegen war das für mich kein Thema, dass du da noch mit musst. Ich habe da extra eine neue Armee ausgehoben vorhin, ne. Also damit ich eigentlich vor Kemmler-Safe bin, aber Gorst-Safe bin, aber... Gruftknochen da eingeschickt, wo sie hingehören. Yes, Sir. Weggebombt. Wo kommt der VARG? Weißt du, was ein kleines Kombo ist, was wir machen? Hm? Du spielst deinen Lieblingszwerg. Und ich spiele die Kraszwerge. Die unheilige Allianz der Zwerge. Das ist schon ziemlich gottlos. Oder? Und welchen pickst du da? Der am nächsten ist zu dir. Also Astragott, oder das? Ja. Ja, macht den meisten Sinn. Ja, ist ein bisschen S tatsächlich, aber ja. Warum? Weil sich's budentechnisch überschneidet. Ich meine, theoretisch ist das für dich scheißegal, du hast eh keine Bonusbuden außer im Ödland da unten, aber... Silberfeste zum Beispiel. Hat Malakai eine Special-Mission. Wo er die Bude dafür besetzen muss. Und er hat auch eine Chaos-Zwerg-Auslösch-Mission und was, der Geier. Oder ich weiß gar nicht, ob's Auslöschen ist. Das müsste man sich anschauen. Also coole Idee, aber wir müssen schauen, ob's funktioniert. Weil theoretisch glaube ich... Also man muss ja, oder, Chad? Man muss ja gar nicht gegen die Fraktion Krieg führen, ne? Man hat ja diese Scheiß-Events. Wo man halt dann einfach Chaos-Zwerge klatscht. Wie mit den Hochelfen, die in Norrsga rumstehen, ne? Ich glaub so irgendwie war das. Aber ja, hey, äh... Gerne, Alter. Du kannst? Ja, ja. Sorry, ich hab vergessen zu drücken, aber... My bad. Oh, yikes. Bro, Alter. Ja. Ja, lieber haut er sie hier raus, als in die Armee. Ja, ja, absolut, absolut. Ich hab noch nie gesehen, dass die KI... ...dreimal den gleichen Shit castet. Ach so, das sind die Oxjotl-Piecher da, ne? Ja, ja. Oder Quattles, oder was auch immer. Ey, Chaos-Zwerge mit Luftschimpfersanne, seh ich, ne? Oder der Zwerg mit Terrorbebenmörser. Genau. Ey, das erste, was ich mach, ist den anderen Chaos-Zwerg. Einmal klatschen gehen, ne? Also den blauen... ...Satan da oben. Weil er kriegt Artillerie nochmal 10% rein. Ja, hörst du. Dann geh ich einmal Elsbeth klatschen, ne? Für alles immer nochmal extra Explosionsradius und dann ist richtig Feierabend. Für die Welt. Also ja, ist ne coole Idee. Wenn du fein damit bist, dass du dich vielleicht von der Silberfeste trennen musst, ist absolut cool für mich. Ne, das ist kein Problem. Ja, das ist halt schon ne mächtige Siedlung, ne? Ich mein, das Chaos-Zwerg ist, wie gesagt, noch am ehesten egal, aber ist ja trotzdem Geld für dich, ne? Willst du die steuern? Na, welche? Ah. Kann ich machen? Ich meine, du kriegst noch ne Armee zusätzlich, aber... Bin wir ehrlich, das ist dreimal nix. Wo sind die Trolle denn? Ach, da hinten. Ah, schon okay. Hey, wenn ich die Zauber da rausbeten kann etc. ist schon... ...bereicht ja. Ja, deswegen stehen sie da. Ja, deswegen stehen sie da. Kannst du mir die Trolle auch wieder wegnehmen und seh. Mit deiner Armee spielen. Ist fun. Ah, sorry. Einfach easy missklickt. Alles cool. Ist doch schon wieder langer Tag für uns weiter. So ist es. Aber jetzt mal no shit, ne? Also ich wusste ja, dass ich das wahrscheinlich mit dir mies feiern werde, aber... ...wie cool der scheiße ist. Ja nochmal, ne? Anderes Lärm. Ist schon geil. Ja, ist schon geil. Ah, ich geh da mal ein bisschen Kroxis beschäftigen. Ja, wenn ich dachte, dass der Mann da weg von der Armee bleiben, ist auch gut. Ne, Dinobobs. Ne, Dinobobs. Miss Gaming, Nexus 1. Warum hört sich das nicht falsch an? Für Malakas Abenteuer muss man gar nicht bestimmte Fraktionen verkämpfen, nur Rasse bekämpfen. Grollbuchstelle ist allerdings anders. Oh ja, die Grollbuch-Scheiße, oh ja. Das Tunnelnetzwerk etc. Wenn es nur irgendein Legicaos-Zwerg ist, ist es scheißegal. Wenn es Astragott ist, ist es unangenehm. Das ist ja das Problem. Alles da hinten in den Bergen nimmt sich irgendwie gegenseitig den Scheiß weg. Weil jeder, der da hinten wohnt, immer die gleichen, unter Anführungszeichen, wichtigen Buden besetzen kann. Ja, das stimmt schon. Das war ja mein Ork schon, schon jetzt, also ich will nicht sagen, also Problem war es keins, ne, aber... Da war mein Ork schon die Debatte, so wer sitzt wo, wer macht was, ja. Das Silberfeste ist einfach eine wirklich, wirklich geile Bude für Zwerge, Orks etc. Das ist halt echt scheiße zum Deffen dafür. Ich weiß nicht, wer sich das Leer daraus gedacht hat, aber... Warte, warum kann ich da nicht nach hinten klicken? Ach so, weil ich... der eigentlich hartlockt auf meine Armee bin, ne? Ja, ja. Jetzt geht's. Was? Ich bin fast! Was? Was ist das? Was ist das? Komm mal, Leute! Wir werden nicht mehr aufhören! Stopp'em! Das geht! Goin! Ready! Wo soll ich, Clubber? Oh! Uh, da sind die Koatenviecher halten einige aus. Yep! Get a killer! Oh mein Gott, ist das broken! Also hab ich beim letzten Mal doch recht, ich war mir unsicher. Wenn du Wargst, kriegen auch meine Einheiten Warg. Mit? Ja, krass. Also haben wir doch gesherrt, den Warg bei der Skarvenbelagerung da. Also einfach alle Orcs dann auf dem Feld. Ja. Alle. Alle. Ich dachte, ich hab's mir eingebildet, aber... Äh... Hier, aufpassen. Das ist ein Waagglieder. Der da von den Kroxis bearbeitet wird. Wunderbar. Stabber! Doblins! Das ist sicher. Das ist sicher. I'm pretty mean too. Ich glaub, der Ohr kennt Grimgurk nicht. Das... Das ist ziemlich sicher. Das ist sicher. Ich kenn' keinen stinkiger Rennt. Ah geil, die Kroxis wanken. Nochmal hinten rein chargen. Gebrochen. Jaja. Ah, den kriegen wir noch. Ich glaub, der hättest doch nochmal Frokar zaubern sollen. Oder schmeiß den Wildschwein und euer Orc-Reiter da drauf. Der ist schon drauf. Okay. Dann kriegt er keinen Schaden, weil da zu viel Foderzeug ist. Zauber die Hand nochmal drauf. Ja Gott. Einmal noch auf die Kroxis gore, den Zauber. Easy. Da ist noch so ein Bastilodorn. Alles tot, was... Also... Alles tot, was töten ist. Ja. Danke Hirn. Super. Also doch eine Untoten-Allianz. Anscheinend. Alle Tote sollten ist. Was? Es ist... Was soll ich sagen? Diese Pilze. Genau. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die teilweise sagen, das Leben ist nur eine Phase? Ja, ja. Wie Nekromanten. Life is a face. Life is a face. Ja. Ich spiel die Untoten so gerne. Das hat so einen geilen Flavor einfach. Ja, ich auch. Das ist meine erste Fraktion, die ich auch ausprobiert habe bei Warhammer damals, als ich das runtergeladen habe. Ich auch. Und Gott habe ich gekotzt, als ich Vlad gespielt habe und von Zulfpa direkt auf die Fresse bekommen habe. Aber ich habe ein paar legendäre Runs in Teil 2 hingelegt. Von diesen Runs zehrt Dummy noch heute, ne? Vlad in der Wüste, Vlad im Donut, Vlad einfach überall. Vlad geht einfach auswandern, weil er im Empire nicht überleben kann. Also haben wir das getan. Sprich, du hast Vlad so sehr geliebt, aber er ist halt einfach... Er hat immer eine neue Pose gebraucht. Er hat mich nicht geliebt, das war das Problem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der coolste Run war Vlad in Galbaraz. Also früher war er tatsächlich der Einzige, der im Ödland leben konnte. Von daher war das echt cool, ja? Und Galbaraz ist ja auch so ein Untoten-Ding, ne? Also da haben wir Zwerge, Gruftis und Orks, eine Special-Bude. Und als Untoter hast du da irgendwelche Minen oder irgendein Schlachtfeld, irgendwas war da. Also auf jeden Fall unendlich fette Boni. Aber kannst deine Leute auch nicht mehr spielen, ne? Wenn das der Kornhaini sieht, weißt du, da kriegt er direkt Sodbrennen. Der startet schon mit Sodbrennen. Das ist jetzt kein Argument, um ehrlich zu sein. Ja, true, true. Okay, also wenn das wieder nicht angreift, wäre egal. Der nächste Mentor. Oh, hier ist wieder zerschmettert sehr schneller. Ne, das geht sich nächsten Zug auch nicht aus. Ach, Kacke. Ich bin so hin und her gerissen. Ne, ich muss darüber. Ja, das ist noch mehr als 50 geworden. Happy Burst! Ich dachte, wir singen jetzt. Nein. Hast du doch mal Bock auf Zuschauer, ja? Nein, ich kann das meinen Zuschauern nicht antun, wenn ich singe. Ja, deswegen sagte ich ja gerade. Hast du doch Bock auf Zuschauer und du so, nein, ich kann das meinen. So, wieso? Ja, ich wollte eigentlich sagen, das kann ich nicht machen, denn dann werde ich wegen Körperbeschädigung verklagt oder so. Oder Copyright Claims, weil es so gut war. Na, eins von beiden. Das ist auf jeden Fall nichts zu gewinnen. Ich habe nichts zu gewinnen. Schau, die Laris erinnert dich auch noch. Die Blood überall Runs waren legendär, ja. Aber Chat, mit euch ist doch alles legendär. Solang ihr da seid, ist immer legendär. Ein bisschen übel ist mir geworden, hast du das so? Ja, es ist okay. Du musst das nicht verstehen. Okay, der war nice. Man, Chat und ich, wir sind sowas, so sind wir. Klar. Was ist eigentlich der Ober? Welcher von den 15? Nur noch zwei. Achso, deiner meinst du? Ja. Also, einen bei mir. Habe fertig. Ich habe auch fertig. Nein, kein Frieden. Nein, kein Frieden. Ja, das glaube ich dir. Hey, super. Ich habe auch keiner. Kommt in den Bügel runter, ja. Ja. Ja, nochmal so einen 90% Hinterhalt, der komplett in die Bimsen geht. Und direkt der Zweiter hinterher. Perfekt. Wiederschauen. Nein, kein Frieden für dich. Aber der Täuscher wird der Einzige sein, der am Ende noch steht. Das glaube ich nicht. Das ist eine gute Lage. Komm. So. Obwohl das hätte ich kämpfen können. Das was da kam, war eigentlich nur Knobblers. Und er hat vergessen, Oger zu rekrutieren. Tick your tongue. Tick your tongue. Oder Arkendorf war seine Oger-Recruitment-Bude. Dass die ihm die eiskalt unter dem Arsch weggemobst. Da kommt er wieder. So weiter muss ich den Sprung machen. ACH NĘ. Nein. Kein Frieden. Das ist der totale Wag! Warum steht das niemand? Ah, sie haben konföderiert. Das ist jetzt, also da muss ich schon sagen, das ist schon wahnsinnig speziell. Guck mal, wer da konföderiert hat. Ja, 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 ja. Unglaublich. Die haben über diese Runde eine Freundschaft aufgebaut, so sehr, dass sie sich konföderieren. Uh, die Name ist jetzt Krone. Flusses in den Süd landen. Die Krone befindet sich in der Nähe des Flusses in den Südlanden. Weißt du wo? Oh, nee. Gut, ich auch nicht. Das müsste ja bei dir irgendwo sein. Das müsste ja der düster Lande unten irgendwo sein, keine Ahnung. Ja. Da musst du es nur entdecken. Die Frage ist halt, wo, ne? Hast du den Ping gesehen? Ich hasse dieses Game manchmal, ehrlich. Welchen Ping? Ah, ja, da kommt er wieder raus, ne? Nett. Oh, yeah. Nett. Bruder, vor allem, ich komme halt nicht weg. Na, er ist gerade den Ogre genatzt und jetzt das. Wenn du Grund hast, schiebst du von da runter. Ja, das ist die Armee, die Tamokan vernichten sollte im Wasser. Also theoretisch zumindest die Bude hinten einnehmen. Zumindest war das der Plan. Kann ich sie leider auch nicht helfen. Ja. Es sind Höllenwachen, Gläfen und Todbringer, Kanonen ohne Ende. Aber es ist so lächerlich. Soll ich die wegklicken hier? Oder ist das eine Geldquelle? Ne, kannst du wegmachen. Aber die kommen wieder. Also kannst du einfach mal stehen lassen. Das ist absolut irrelevant. In ein paar Runden. Aber ja, mach sie weg. Fahr den Echsenhaini weg und dann fahrst du schon. In ein paar Runden sind die wieder da. War nur eine Schrottquelle, weil sie jedes Mal die Bude angegriffen haben. Jeder fahr jetzt drei Schrott. Nicht viel, aber. Ich glaube, die haben das die letzten 20 Runden oder so. Man kommt da so über die Runden. Da hinten noch eine Armee. Willst du mich natzen? Vielleicht war er dann richtig überschwemmt gerade, ne? Der, na klar kommt er da nicht. Ja, come on, game. Wart du schlecht? Ja, ja, alles gut. Ich hab schon gesehen, dass die Rebellion war. Autoschlag. Sehr gut. 200 EP für eine Garnison. Wichtig. Gott sei Dank. Der ist so ein Schwachsinn, Mann. Der kackt das Skelette ohne Ende. Was ist mit ihm? Der ist so ein Schwachsinn. Der ist so ein Schwachsinn. Der ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Was? Das hier. Das hier. Ich darf ihn an, er zieht sich zurück, dann stehe ich da wieder Trotteln. Ja, erstaunlich. Na ja, erstaunlich. Da kann ich eine Rundespanne, äh, Gegensmaden hinterher auflegen. Eigentlich, irgendwie bleiben wir. Die Zeit ist, äh, für mich. Es ist wirklich gemütlich so, ich muss es auch sagen. So, zusammen die Welt gerade unterwerfen, natürlich mal geile Feinds. Ist schon geil. Ist schon geil. Ah, der belagert sich hier. Was war denn das denn? Oh, shit. Ja, so dieses eintönige, langweilige von der Kampagne fällt dann einfach komplett weg, dadurch, dass ein anderer da ist und nein. Ja, du Blödsinn labern kannst. Entspannend. Alter, kannst du hier einen Schritt nach hinten gehen? Interessanterweise haben wir uns nicht angegriffen. Oder wir gehen gemeinsam Drakenhof wegklatschen. Können wir auch machen. Sind 51.000 drin. Würde ich schon fühlen, ne? Ja. Ein Problem ist aber, Katrin steht gerade offen und da rennt die Amina schon wieder ein bisschen auf mich zu. ich sehe, dass Wisdom dich erlugt. Obwohl, ich habe eine Garnison drin, das ist eigentlich machbar. Die müssen erst an Walden hoch vorbei. Also vorbei im Sinne von... Ich komme mit dem Gerautenmarsch komme ich hin. Ich komme sonst so... Dings nicht hin. Ich komme hier in der Stadt. Ja, der Chrom-Gipfel ist halt ein bisschen im Bedrängnis noch. Ja. Da ist halt die Garnison weg. Warte, ich stelle mich mal raus, greife mal den Menschen da an. Moment. Wo? Ja. Ja, ja, nochmal. Das ist halt ein Arsch. Aber was wir jetzt machen können ist, wir gehen gemeinsam mit den Menschen killen. Du wirst wahrscheinlich nicht zurückkommen, ich kann mich nach Waldenhof zurückziehen. Das sollte ja okay sein. Also von der Range, glaube ich. Oder wir scheißen drauf an. Ich komme gerade knapp hin. Doch, nein, wir kill den. Also stell dich einfach daneben. Ich bin auf. Ich bin auf. Dann machen sie noch eine zweite Einheit weg. Dann haben sie Granatwerfer. Dann stirbt noch die dritte Einheit. Und weil die Pferde grundsätzlich kacken, damit sie sich schneller fortbewegen. Und die Orks drüber ausrutschen und sich das Genick brechen. Dann stebt nochmal 20 Trupps. Du brauchst halt einfach echt viel, um die wegzumachen. Das ist halt wirklich lächerlich. Jeder von denen hat 200 Kills von No Reason, ne? Ja. Okay, schau mal. Dann kriege ich dir da jetzt einfach Karaka drin ab und No. Ja, Karaka drin hat jetzt eine 20er Garnison nach wie vor noch drin, ne? Ja. Ich hab dir mal die Sorgen gemacht. Ich trau mich eigentlich, dass ich jetzt so weit nicht raus soll. Hier. Das ist viel zu weit raus. Ja, dann Maßstellung und stell dich neben mich. Nächste Runde greift er eh nicht dann. Nein, nein, ich bleib da jetzt im Hinterhalt. Ja, aber da ist ja nichts. Wenn, geh bis hin nach oben. Da ist, ne? Die Brücke. Kann nicht mehr viel laufen. Also ich hab eigentlich keine Bewegungsweichwarte. Ja, dann mach Marschstellung und komm zurück. Das wird zumindest, wenn die Armee attackt wird, gemeinsam fighten. Ich komm mit der Marschstellung exakt bis dahin. Ich komm mit der Marschstellung exakt bis dahin. Ja. Jetzt stehen wir nebeneinander. Rücken an Rücken. Schau mal ob du, ob du changen kannst jetzt einmal. Also ob du von Marsch in Ding Stellung kannst. Ja, gar nicht. Lächerlich, oder? Irgendwas stimmt da nicht, ja? Ja, ich mach gern. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Na? Wenn die Waag am E drin ist, dann kannst du nicht so weit laufen. Das heißt, du läufst mit dem Gewaltmarsch dann nochmal weiter. Ah, right. Dann rechnet er oben nochmal. Ah ja, du hast eigentlich noch genug Reichweite, du kannst wieder zurück. Ja, ja. True, 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 ja. Ja, dann kannst du in den Hinterhalt auch gehen, wie du willst. Ne, hinterher kann ich nicht, weil ich zu einer anderen Stadt bin. Beziehungsweise zu einer Anliege. Ah, okay. Kannst du reinrutschen mal? Äh, ja, das sollte gehen. Nein, geht nicht. Das fehlt. Das ist gut. Wir machen keinen Podcast, Brokkoli. Immer diese Podcast-Fragen. Ne. So, get wrecked, Archion. Schiebt dir deine zwei Armeen sonst wohin? Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich den Eierbären da raus? Weil der hat da irgendwie immer noch keinen Bock rauszukommen. Ich habe Angst vor dir. Nichts zu sagen, es fürchtet sich. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Erstens, ich kann halt nicht meinen Hinterhalt gehen oder irgendwas. Ich kann es probieren, aber... Ja. Ist halt absolut insane. Komplette Chaos-Armee. Komplette Garnison. Also die blutige Hand soll neun Siedlungen haben. Ja. Vielleicht hat er sich ins Empire gebohrt oder den Waldelfen überfahren. Der ist bis vor Escape-Blind. Der hat komplett Sartosa gelöscht. Steht um den Berg rum. Sechs, sieben, acht. Ja. Und dann wird er wahrscheinlich die Bude noch vom Zwerg oder so haben. Ja, nein. Ja, das kann sein. Obwohl Sartosa selber das eigene ist. Also er hat da vier. Die Sartosa sind dann fünf und dann die dreier Reihe. Und dann hat er Erkrund noch. Äh, Erkrund. Erkrund. Erkrund hat er noch. Okay, für mich ist gut. Okay, ich muss nicht ganz gut spawnen. Ja, ich muss noch hier, was schon, das Tamukhan-Protokoll. Verstehe. Ja, Alter, ich weiß halt nicht, was ich da machen soll. Also es ist halt einfach nicht defendable. Es ist lächerlich. Ich weiß auch nicht, warum ich einfach keinen Hinterhalt bekomme. Weil sonst, was, wenn ich eine Armee wenigstens tot bekommen würde, ne? Haben wir da, haben wir da irgend so eine beschissene Siedlung dann? Ja, wahrscheinlich, na, ja. Das ist so eine Siedlungsschlacht, wenn ich drin sitzen bleib. Alter, was ist da wieder für eine Vampir-Parte, Mann? Bei Sauflecken geht's ab. Freibier! Ja, ja, ja. Ich versuche da gerade so ein bisschen zusammenzuziehen, aber... Was mache ich? Ich meine, lasse ich mich wieder zurückfallen, opfere ich die zwei Buden wieder, nur um... Um ihn an seiner eigenen Dummheit vergehen zu lassen. Was ist, wenn er diesmal wirklich runterzieht, dann ist wirklich er es? Dann siehst du das, was du hinten hast, bei Acha und zusammen. Weil du meinst so runter, runter. Naja, also ich habe halt... Also, ich glaube, ab hier fängt er an, sich zu splitten. Also, im Grunde genommen, hier hat er nur einen Pfad, oder? Ja, klar. Ja, klar. Aber ich habe halt Angst, dass er sich mit einer, weil es jetzt vier Armeen sind und nicht drei, nach unten splittet, ne? Und dann halt irgendwo Richtung Silberfeste rennt. Ja. Kann ich mich nicht machen. Ja, ganz ehrlich, der spammt nur noch Chosen und was? Der Geier, Echsenkröten in der Nebenarmee, okay? Ja, ja, das... Da geht's... Da geht's... Da geht's style gerade. Ich glaube nicht. Du kannst das von mir fragen. Ich verziehe mich und hoffe das Beste, was soll's. Ich gehe da unten jetzt erstmal den Nörgelhain löschen und den Vampirhain und dann alles andere. Ja, das wird dich schon mal mega entlasten. Ja. Dann brauchst du ein, zwei Armeen für Cathay. Vielleicht drei, je nachdem wie viele Grenzen du aufmachst. Obwohl Clan Esche nie derzeit noch reinspringen kann. Naja. Aber der Chinemann tobt sich gerade in den Bergen aus. Ja, das ist weird, dass er... Also, das ist die größere Bedrohung eigentlich im Land. Aber, ja, Spielerfixierung halt. Ja, ja. Alter, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist da, wo du dich gerade zurückgezogen hast. Oh mein Gott. Festung von Dorsin fort. Das hast du ausgebaut. Das ist keine natürliche Mauer. Nein, Spyro-Sieg. Ach was. Das war das rechts oben in den Bergen, oder was? Da gib mir ne ganze Waagami haupt, bitte. Was, was rennt da alles rein? Was ist das für ne Map? Drei Oga-Armee. Oh Gott, gar kein Wald, oder was? Das sehe ich, den Wald ich einfach nicht. Warte, ich muss buken bei dir. Obwohl, ich kann ihn zurückziehen, das ist... ...Ark... 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 ...Zahn. Nicht ein Bäumchen, weit und breit. Da habe ich immer meinen Rückzug noch auf, was er macht. Okay, aber sehr schön. Oh, der geht die Waagami, hops. Ich habe jetzt Bäume. Wunderbar, auf seiner Seite. In seinem scheiss Arsch hat er Bäume, man. Also das Ding ist jetzt, wenn du ihn jetzt hier brichst, ist das alles, was er hat, ne? Ja, wir spielen das. Also es ist ein knapper Sieg, aber die Hälfte meiner Waagami geht drauf und das ist ein Quatsch. Also es ist schade für die Waagami, weil ich sicher noch 15, 14 Runden Waag halte. Alles cool. Und wenn ich Glück habe, kann ich mir der Vorhut einstellen und einen Teil in den Wald schicken da. Ja. Ja, passt. Der Rest rennt einfach am Rand und wenn sie nahe kommen und ich kriege sie nicht mehr in den Wald, dann... ...egal. Ja. Gehen sie halt raus. Obwohl, ich habe selber eigentlich genug grosse Units, um das zu blocken. Die Arachnoiden sind auch gegen Grossgut, die essen die Urge eigentlich bei Leber in dem Leiber. Ja. Die Trolle sollten auch kein Problem mit denen haben. So, easy peasy. Ja, keine Ahnung. Oga-Auto-Berechnung halt. Ja. Überras sind Bäume. Nur da, wo wir uns treffen. Ja. Aber was du machen kannst, erwartet... Alles auf einen Haufen hier. So wie ich es vorher gemacht habe. Mein Tipp an dich, nämlich dein Tipp an mich vorhin. Ja. Lauf nach oben. Ja, ich will eigentlich... Er warte dir auf die Verstärkung. Ich habe mir überlegt wegen dem hier. Ähm... Ja, ja. Naja, das ist... Ein... Ein Funken Wald. Stell dich einfach links auf. Er zieht dann eh rüber ein bisschen. Na, also er... Er zieht dann eh so oder so. Ja, er wird wahrscheinlich auf seine Verstärkung warten. Ja, ja. Ja, ja. Und dann kannst du quasi ganz gemütlich da rein. Hier drei. Das ist eh die Garnison. Die ist zweimal nichts. Ist auch nicht viel. Na, aber... Schieb die mal schnell hier hin. Was die vier Minuten braucht. Dann kommt die nämlich vorher rein. Ja, und dann direkt von hinten drauf klatschen. Ja, ist ne gute Idee, ja. Hier kannst du äh... Du musst nur rumeiern, wenn du Bock hast. Geil, rumeiern. Geil, rumeier! Ich glaub... Ich glaub, das Katapult schick ich sogar raus. Ja, und das wird da hinten nicht viel tun, ja. Von Herren, sie können gehen. Ja, ich könnt's reinschieben, aber... Ja, das geht schon. Er hat sich jetzt schon umpositioniert, ne? Also, jetzt ist schon Platz in der... So ein bisschen... Bisschen eng im Wald, aber... Ja, war nix. Ja, ich... Ich lauf mal mit den Wolf Riders voraus und schau, was da ist. Also, im Zweifel sollte da eigentlich nichts sein, außer... Ein, zwei Säbelkatzen. Du bist halt vor, bei mir auch war noch. Ja, er schickt die Kamikaze geholt, oder trotzdem rüber. Ne, er hat sich... Er hat... Das... Hier wird gar nichts sein. Weil er... Er baut ne komplette Linie. Also, das ist seine Linie hier. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Hier im Wald ist der ganze Bums. Perfekt, perfekt. Ah, na schau an. Ja, und auch gut, dass du geguckt hast. Klock dir einfach in die Ecke, bist du... Ja, bist du schon da? Ja. Ah, Geländer erfahren sind die Arachnoiden, das hat deswegen immer halt kein Problem. Ah, first, dann müssten sie haben. Dann wäre es okay. Ja, dann haben sie den Kampf mal los nicht. Ja. Aber so können sie trotzdem kämpfen. Ja, frei bewegen können sie sich, ja. Ja, genau. Das meine ich. Ein großes Problem ist ja auch, dass sie die ganze Zeit hin und her und hin und her schwanken. Ja, ja. Und in Formen hängen bleiben, et cetera, et cetera. Genau. Ja, genau. Komm, komm, mal drauf mit den Trollen. Ah, der kommt schon, der war meint. Das war glaube ich die vernünftigste Idee, Wagen 40. Ja, es progiert von der Zeit super und Uwe sind im Wald einfach völlig nutzlos. Die sind so überfordert mit Wald. Wie viel Malus kriegen sie? 80% Nahkampfhafenangriff geht runter. 80% Geschwindigkeit. Sie ist besser als das. Der ist gut. Die Trial wurden totes. Der Maester und da unten ist ein bisschen Besuch noch. Das ist quasi so ein bisschen die Nachrouter, nur damit du es im Blick hast. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin ein Blatt, ich bin ein Blatt! Schiff, da sind wir! Das war's! Ich bin ein Blatt! Ich bin ein Blatt! herrlich gut ex-serie ist es overcast so ich koste das nie lieber mehr magie wo ich am ehren punkt was haben wir schon gequatscht ich hab's nur jetzt gedacht weil so lang oder gefühlt so lange gehalten hat der malte die wegen zerlegen sogar die oga recht gut holy shit ja es ist die bewegen sich halt auch nicht und zwar noch mal zwei dreimal geschaut zurückfallen wieder hin aber dass da ranger hatten drinnen und aufgrund darf das noch raus das war's für die speckbacken er rennt da alleine rum das war es noch nicht für die das war gebrochen aus das ist es war ja jetzt hoffe ich dass das nicht der aus dem wagen ist der rarara für preise kriegt das sind die schlinge das mal schnell laufend das sind die schlinge das mal schnell laufend das passt ja das passt schon ja siehste alles tut die ich hab's gesehen chat oga im wald absolut nutzlos allgemein große einheiten hat der feind mehr große einheiten als ihr könnt ihr das in einem wald einfach drehen obwohl man das wahrscheinlich auch ohne wald hätte gewinnen können aber 80 prozent weniger geschwindigkeit bedeutet dass man mit viel weniger booms reinkommt vor allem fehlt ihnen absoluter charge bonus das ist halt wichtig ja genau also das zeigt die chargen was die kai mit den ogern immer macht das ist halt komplett wasted ja also sie kommt nicht raus und versucht sie rauszuziehen passiert aber nichts oder kommt halt nirgendwo hin und dann kommt er wieder zurück das ist alles noch im fight das heißt du kriegst keinen zweiten charge bonus ja das ist gut setz dich rein ich habe Pläne für dich ich bewege mich nur im hinterhalt ne ich bewege mich nicht nicht im hinterhalt er klickt so übrigens in meiner warkarmee aus man 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 ja und er kriegt Unterstützung ja das wird weh tun ich glaube flucht beste option ja das denke ich auch meine verdammten katapulte du bist fad willst gib mir die squeak hoppers und schau mal was geht ich denke der wird er mit mörsern und leck mich im arsch um die ecke kommen was der fluchtpunkt ist hinter mir lol das ist das machbar ich glaube dass man nicht gesehen was da noch reinkommt das war so weiter fliehen wieder oder kommen wo das räder räder des todes mörser das war mein künstler war ja da 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 richtig kontrolliert nur die Rennenskaterpunkt okay ich war die Alter dann hält lebt ja ja die haben gerade die Dings verlassen warum auch immer also die war Blitzkanone verlassen aber Verstärkung ist jetzt schon da Alter hat da hinten noch die Special Sniper stehen also ich sehe die Schüsse von hier jetzt hat er der Trolle hingeschickt ja okay wir gehen jetzt raus ich weiß ich versuche sie rauszuziehen oh mein Gott ja da geht's da kann ich's machen ja da geht's da kann ich's machen ja das geht das ist der Gap zum generellen rausdingsen ne also das hier warte hier ne ja ja hier gibt's mir einen Befehl und dann müssen sie noch da nach hinten und dann müssen sie noch da nach hinten und dann haben wir normalerweise auch alles noch survived ja die Spinne haben sie auf jeden Fall gekillt ne also die Trolle sind raus der der Schamane ist fraglich tatsächlich ich hätte gehofft ihm mehr Schaden zufügen zu können Bro also dass du da überhaupt irgendwas gekillt hast ist schon gut gelaufen ja steht noch sehr gut gerade um die eine Spinne ähm ja ja das müssen wir fighten ne ja 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 das ist die Garnison die er angreift da wieder gottlos aber es sind beide Armeen direkt ja wir brauchen ne gute Armee ne gute Karte meine ich Dummy Hallo Hallo guten Morgen so lala aber du kommst von hinten das ist okay es ist gut wenn man weil wir so viele Junins haben dass wir sie in die Zange nehmen können weil weil du die also weil die Elfe der Karte komische Spitze hat das heisst der kann mit seinen Reitern nirgendwo richtig durch wenn man wenn die genug Druck macht das ist ne schöne Karte so umgebung und optisch und so 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 ja ja so der Sonnenuntergang so wenn du mit der Kamera so diese Richtung blickst ja super schön okay alter guck mal Gräber oder was ne ne da oben also am Berg da oh lol es lebt aber nicht ja zum Glück nicht also außer es auf unserer Seite außer es wäre auf unserer Seite dann schade dass es nicht lebt man muss ihnen schon zugute heißen dass da schon ordentlich Detail ist also sie haben echt schöne Map Styles und mir ist ja ich klicke mal Start was brauchen wir zwei Minuten na ja 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 meine kommen in der Minute ok pass auf dann ich würd sagen wir machen die da hinten in der Ecke fertig oder lassen wir sie ja ja und dann fighten wir hier wo sie dann halt links rechts komplett raus können ja das 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 ups ja na das Ding ist also ich hab jetzt schon geklickt das Ding ist das das ist die die einzigen Bereiche wo nach vorne geht das das hier ist zu hier da oben auch das sind zwei Armeen mit Reitern ne ich würd ihn einfach an die Wand zurück nach hinten ja 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 deswegen hier der Bait ja die eine zeige ich ihm dann kommt er ja quasi auf uns zugeschossen so this way ok ok passt und wir kommen dann von hinten es ist ja wenn du eh in einer Minute da bist das ist absolut Banane eigentlich ne ob die ob die ob die Garnison X geht oder nicht weil sie muss halt nur lange genug leben mhm dass wir Zeit zum Reinkommen haben und dann treiben wir ihn einfach vor uns her also weil da halt ne rechts also da kann der halt überall raus ne jeder Unit der bricht ist halt einfach gone ja du sucht echt die Wälder äh er tut so alles i.k.i. weißt immer wo du stehst ja natürlich aber ich find's trotzdem cool dass ich meine wenn wenn er weißt wo du stehst und er schickt einfach alle Reiter dahin ohne dass er irgendwas verteilt das wär ja richtig beschissen ja gab's schon in einem oder anderen Patch wo das äh durch ne Bug genau so war ja aber du siehst genau er sucht ja nicht irgendwo links irgendwo rechts oder so also er ist schon sehr zielstrebig auf dich zu ne gut du hast ja auch nicht so viele Wälder wo du reinkommst ich kann den da mit dem Zauber abfallen darf hier schnell genug niemals keine chance siehst du jetzt rein naja ja das ist beschwert dass du so merkwürdig steht ne Wollen wir uns dann nach rechts drücken oder willst du wirklich gegendrücken was du hast du ich will gegendrücken ok dann reveal ich den Racer und wir gehen da einfach gottlos auf die Mutter das ist richtig das ist richtig wo ist mein Match da bin zu weit weg ich weiß wie weit er sich so zu kotzen ich weiß wie weit er sich so zu kotzen heheheh 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 oh die ich helfe ich helfe die 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 der Widersch! Please go out! Come on, lad! Tear apart! Mord, roger! Wee that's low hay! Ha ha! I'll kill him in magic! Wee van Roa! Here we go! Wee van Roa! Wee van Roa! Wee van Roa! Four point bigots! Help me now! Conserve! Ground! Charge! Stop him! Get him! Let's drop! Das ist auch gar nicht zu viel oder so! Über alles nehmen, in eine Richtung klicken. Ja, das... Was denkst du, das mache ich? Sicher nicht sorgfältig eins zu eins und so. Was denkst du? Ja! Abwag für alle! Wird auch nicht wieder einmal! Nein, diesmal nicht! Interesting! Was denkst du denn? Vielleicht, weil ich nicht der Schlacht-Initiator bin! Keine Ahnung, aber dann ist der einzige... Der einzige Grund, warum es unterschiedlich sein könnte, ist, dass du halt Host bist. Ah, dann noch. Vielleicht, das ist eine gute Überlegung. SCHWING UP! Das ist wieder Felix, die Nuss. Der aller echte Eierschädel. Der aller und der. Du bist! Ich werde ihn töten! Ich werde ihn verletzen! Ich werde ihn verletzen! Er ist er. Wir kämpfen! 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 Das ist schon mal! Ich werde ihn auf. Ich werde die 30 Sekunden verletzen. Ich werde ihn auf. Die Stärkung ist, Freddy! Es war so ein Durcheinander. Lächerlicher. Wo will er denn? Wie hast du Mut gefunden, während er die Spinne an einem Arsch klebt? Mir ist gerade eingefallen, dass ich gar keine Arachnophobie habe. Ich drehe wieder um. Genau so war das, Alter. The fuck? Du, ich verliere hier so viel, das ist lächerlich. Ja. Deswegen schitt ich gerne in den Bergen. Verstehe ich absolut, Mann. Ich verliere, oh Gott, ja. Gut, gut, ich noch ein Squeak, aber hey. Ich schaffte jetzt auch Felix weg da. Ja, wenn ich sage, greif die Höllensturm gegen das an, dann geh nicht auf irgendwelche Bogenschützen, die lecker schmecken, sondern tu das, was ich sage. Ja, also solche Schlachten werden halt deutlich entspannter, wenn du halt nicht wirklich alles babysitten müsstest des Todes. Ja, wenn du sagst, greif da an und geh einfach durch. Wenn es einen Kommentar gibt, wie ignorier alles. Warcraft oder so, einfach A, dorthin und alles auf dem Weg angreifen, fertig. Ja, oder halt eben nicht alles auf dem Weg angreifen. Ja. Es ist normal, dass ich den Weg wieder geblieben habe. Auf die... Auf die... Auf die irgendetwas an. Na, danke. So viel draufgegangen, Mann. Über den Himmel. Jakob, das tue ich mir nicht an, die Imperium, Mann. Na, siehst du, beim Imperium fangen sich die Leute, wenn sie weglaufen, bei mir laufen die Leute weg, nachdem die Schlacht gewonnen ist. Wir sind nicht gleich. Wir haben gewonnen, rennt! Aber wir haben gewonnen. Rennnt! Das ist so unkürbar. Furchtbar. Da, stirb. Ein qualvoller Tod. Ich baue das nächste Mal eine anständige Armee. Okay, von mir ist es gut. Okay, zwei Squeak. Eins Squeak, Hopper ist dead. Und Mob der gebrochenen Hauer. Aber nach der Schlappe ist es einfach nur noch Mob der gebrochenen. Der gebrochene, Punkt. Ja, das... Fertig. Keine weitere Titulierung erforderlich. Das war's. Ja, für mich ist gar nicht aufgefallen, dass da Kisleviten mit dabei waren. Ach, waren sie? Ist hier ein Agent von Siege? Ja, da steht ein Agent von Siege. Sorry, bin am Dateding. Ich weiß nicht, warum es gerade so lange gedauert hat. Okay, also ich hab, äh... Nix verloren. Fünf Moral weniger. Als deine Gobos, was du bei mir? Läuft einfach alles. Should we run? Flea? Ja. What the fuck? Nee, oder? Das Wieserland jetzt. Falls du dich gefragt hast, warum ich in den Bergen bleibe. Ja, also ich warte, lass mal, lass mal ablehnen. Ich mein, das ist eh scheißegal. Wenn wir das fighten, sind wir beide tot, ne? Ich hab' abgelehnt. Shit, du bist nicht weit genug von der Bude weg, oder? Äh, nein, das ist Azak. Das ist eine andere, eine andere Armee. Okay. Ähm, ich kann auch mit der jetzt mich nochmal zurückziehen. Mach mal. Ja, mach das, mach das. Okay, ähm... Hi, by the way. Damit stehst du wieder bei mir. Sehr gut, sehr gut. Okay, also, ja. Wir müssen das halt fighten. Aber es ist wieder... Gottlos, gottlos. Kann ich den sprechen, der das programmiert hat? Bitte. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find gut, dass ich mich zurückziehe und dann Richtung... Ich hab's gerade noch gesehen, ne? Und dann so Richtung Schloss Drakenhof mich zurückziehe. Weißt du? Also, das ist schon... Da sind die Berge. Da ist das Gold. Los, Aufzug. Oh, das glitzert. Aber es war schon so ein bisschen die falsche Richtung, ne? Aber zum Glück hast du auch reingeschissen. Und hier stehen wir jetzt. Vor Drakenhof. Auf ganzes Punkt. Warum hab ich mich... Mitten in Eschen. Warum hab ich mich mit... Chat. YouTube, warum bin ich mit... Schreibt's mir in die Kommentare. Schreibt's mir in den Chat. Warum bin ich mit Primi mit ins offene Feld? Warum bin ich da runter? Ich komm hier fast gleichzeitig. Wenn man Glück hat, wird's abgefangen. Ja. Vor allem alles kommt aus der Ecke. Holy shit, ja. Das ist meine Verstärkung. Schieb ich die? Gebe ich die nicht? Nein, schieb die... Schieb sie ein bisschen. Muss ich, glaub ich, hier hinschieben. Drei Minuten. Also ich kann mich um das kümmern, was da noch nachkommt. Ich bleib da einfach direkt stehen, wenn ich reinkomm. Ja, aber du kommst nicht weit. Das ist das Ding. Ne, aber das Ding kommt nach mir. Das ist okay, ne? Also die... Ja, das Ding hat auch einen Namen. Ja, keine Ahnung. Ja. Nein, er kommt zeitgleich mit dir. Dings. Ne, der braucht 2,51. Hä? Was hab ich denn nachgeguckt? Ja, ich seh's gut. Ja, aber wahrscheinlich dich. Oder mir, oder irgendein anderes. Nein, nein, nein. Einer, der die gleiche Zahl hatte. Aber das stimmt halt nicht. Dann hast du auch so viele Pilzen geschnüffelt, Mann. Pass mich, Mann. Ich brauch das, damit ich runterkomme, weil das Imperium jetzt auf den Sack geht. Ach, Mann. Ja, du kannst starten. Das ist gut. Ja, könnte sein, dass er weiß, dass ich da bin. Ich schieße mal nicht. Für den Content. Renn zum Content. Ach, scheiße. Er sieht mich da. Die stehen doch im Wald. What? Ey, das werden sich die Orks gedacht haben, ne? Das war's. Das, was Brokkoli da sagt. Also, die sind einfach nach Drakenhof gelaufen für den Content. Wir hatten gar keine Wahl und oder eine Chance, dass du beeinflusst. Das befürchte ich leider auch. Das war von Anfang an lost. Das war von Anfang an rigged. Ja. Warum zum Geier ist eigentlich meine Ding so schnell? Das war von Anfang an. Das war von Anfang an. Guck mal, wie die abgeht hier. Der Bruder ist im permanenten Charge, der Alte. Ja, voll geil. So, er hat da auch noch Armeen. Sag doch was. Dann hätte ich öffentlich geweint. Ja, wie wir wissen, ist das eine freie Aktion. Genau das. Ja, voll gut. Die reiten rein. Sehr schön. Ich drehe um. Fang du sie ab. Na ja. Ich bin froh, dass ihr da reingewandt seid. Oh mein Gott, hausse ich mich. Wo-o-o-o! Wo-o-o-o! Das ist schon deutlich kontrollierter. Da halten wir die auch fest, das heisst wir schicken die Wolfrider weiter. Das kannst du wirklich machen, bei Wolfrider mitnehmen. Die haben halt 106 Speed, das ist schon ok. Die machen halt sonst nichts. Ja toll, dann sind sie da. Ja aber zum blocken für die Heine ist da reich. Na? Die feg'n da gerade riesig überspält. Ich meine ich hab die auch nicht gebaut, ne? Wer baut so'n Dreck? Ja ja. Davon hab ich jede Menge. Ich hab's noch keine Black Orcs im Wark, aber davon hab ich jede Menge. Ja ja. Der wusste halt von deinen Plänen zum Empfehlen. Deswegen dachte ich, hey. Ja du kannst den Feuerball. Danke. Du musst doch all in die Schlendern, damit du in den Satzhaus raushauen kannst. Ja. Ja. Das ist bei dir gerade was explodiert, oder? Ja mir explodiert ständig was. Versteh. Ich meine das nicht im Kopf, sondern. Achso. Ne. Ich wollte gerade sagen, ja zünschen und so. Ne. Auch natürlich ist der Panzer auch noch dabei. Ja. Weißte. Warum soll doch kein Panzer dabei sein? Ja das ist ja natürlich ja. Ne. Viele Reiter und dann haben wir noch einen Panzer. Ja. Drück durch du Scheißhaufen. Sorry. Ne. Das schon. Er ist ein Scheißhaufen. Und vor allem zwei. Ich schicke meine Trolle mal zurück um den zu knacken. Da rödelt ein Panzertuch und die komplette Linie bricht. Oh Gott ist das langweilig einfach nur nachzurennen. Ja du musst dem nicht ausweichen. Du musst auf sie zurennen. Ich schicke mal meine Hexe hoch. Ja. Ja. Ahja das ist eh schon zu spät. Alter der rödelt mir dann mit dem Panzer alles über den Haufen. Was ist das? Da fährt einfach raus. Das sind ja vier Pan... Das letzte wo ich geguckt habe war es zwei. Das sieht mir dann auch aus, als ob die an mir weg ist. Willst du die Wolfsrider von da noch irgendwas machen lassen? Ja. Jeder Wolfreiter hat neue Ziele. Ach, dem greifen Reiter hat er da auch noch, natürlich, natürlich. Ja, also in der Schlacht produziert er das ja auch, da. Das ist so... 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 Okay. Ja, ja, ja. Alles flieht. Wir haben es gewonnen. Also... Theoretisch. Wir arbeiten auch dran, ja. Das ist so... Das war eigentlich nicht viel Speed, aber ja. Also das sah sehr nach gefaktem Hinfallen aus. Ich bin ehrlich. Das war eigentlich nicht. Was weißt du? Nach das Ding? Danke. Ich brauche jetzt den vielleicht Götzen, wenn die verdammten Dinge zurücknommen. Oh, den hat er raus, ich weiß auch. Hauptsache ich zauber drauf. Alter, war das mühsam. Heldenhaft, man. Heldenhaft. Chat, ja? Heldenhaft. Müh-sam. Heldenhaft. Heldenhaft. YouTube, sag uns gerne, ob es heldenhaft oder mühsam war, ja? Ich glaube, das sind Pyramar keine Infanterie, die kommen nur mit Kraft. Ja, die haben auch einen langen Weg von ganz hinten. Altdorf und dann denken die Stadt zu laufen, die steigen auf ein Pferd. Brokkoli, das ist es. Es war heldensam und mühhaft, ja. Danke. Heldensam und mühhaft, ja. Okay, nichts draufgegangen, Chef. Bei mir auch nicht. Also in der Schadensbegrenzung sind wir mittlerweile großer Meister geworden, glaube ich. Also in einer normalen Singleplayer-Kampagne lernst du das nicht so gut, ja? Mein ja nur. Ich weiß nicht, von wann du redest, ich klicke nur an, was sich nicht bewegt und schickst auf das nächste Ziel, damit die Reiter ständig in Bewegung sind. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Fuck, wer bist du denn? Achso, das ist... Oh mein Gott, nee. Das ist eine zweite Armee, oder wie? Ne, das ist der Arsch, der Dunkelzwerg, der eigentlich nicht sein Land verlassen sollte. Fissbacken-Eierkopf-Dings. Mhm, aber ich hatte dich in der Folge noch gewarnt. Do you remember? Bruder, jetzt besetzt er das sogar, hä? Ja, macht er teilweise. Es passiert ganz selten, aber das kommt vor. Übrigens, falls du dich fragst, hey Imperium, hatte dir Spaß uns anzugreifen? Konstaltin kommt auch noch, einfach weil er sich dachte, passt schon. Wenn er schon mal in der Ecke ist. Wenn er schon da ist. Okay, aber Nurgle ist zumindest schon mal raus. Er hat da noch eine ganze Armee, Digga, ich komme nicht mehr zurück. Warum hab ich schon meinen Plan abgelassen? Ich schaue gleich mit dir, Moment. Wo ist dieses Notdrift-Ellen-Szenario da? Das da oben. Ganz ehrlich, das ist winnable. Ey guck mal, alles wo wir jetzt noch durch müssen, ist das hier. Ich freue mich auf die Armee. Ja ne, ist cool. Es ist wenigstens mal ein bisschen Abwechsel drin. Ich sehe einen Zwerg, ein paar Menschen, ein paar aus... Ein paar aus dem Norden. Da ist noch ein Sperrschleuder drin. Einfach gut. Kannst du nach oben tunnen? Nein. Du schon, nehme ich an. Wie weit kommst du denn? Irgendwo hin. Ist egal, die müssen eh Waldenhof ein Ding sein. Also ich könnte, wenn ich den Waag auflöse, dann komme ich zurück. Verstehe. Ich habe einen Alternativplan, der wird dir aber wahrscheinlich nicht gefallen. Ich nenne es, die Friedenschef flucht nach vorne. Ich habe einen Blitzschlag. Ich könnte die einer Armee wegklicken und gucken, wo der Rest hinflieht. Ich warte gar nicht erst, bis du ja sagst. Ich mache das jetzt einfach. Ich hätte mich doch dazustellen. Mit einem Blitzschlag. Achso. Deine Armee ist doch viel... Ja gut, du hast da Rachner hochspielen. Ich muss das schnell campen. Ich will, ich habe keinen Bock, dass sie nach Goblin schützen. Jetzt ist auch noch da rausgekommen. Es geht mir gut. Ja Bruder, wie fightest du das denn? Das ist doch schon wie der Gübel, der Cancer. Wir meinen schützen. Und viel Magie. Und eine Menge Phantasie. Mann, lass mir den Joke doch. Ich wollte es gerade. Was ich auch letztens gehört habe, da habe ich mich auch totgelacht in irgendeinem anderen Stream oder irgendetwas. So, hey Alter, das kann ich gewinnen. Die Chancen stehen gut. Und der andere so, sind diese Chancen mit uns im Raum? So. Nett. 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 Der ist die bessere Strade. Der ist auch wo die teilweise hinschießt, diese schiefsten R palaath. Ich will nicht. das war ein garbage unit das okay grüße hier sind drauf gegangen so jetzt wenn wir glück haben dann verschwindet der andere der da im gewaltmaus steht weiter nach hinten weil er muss weg er muss aus der reichweite raus wenn ich mich noch hässlich aber vielleicht kannst du dann mit mit marstellung einfach nach oben laufen nicht nicht einfach nur rüber natürlich auch machen könnte es jetzt auf ganz entspannt ist dann ein hinterhalt legen und du kannst raus ja lauf du mal zurück bitte also ich hätte da andere pläne eigentlich ich kann nicht durch weil es ist deine siedlung er sagt mir ich muss außenrum war da war da stopp 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 nicht bewegen nichts tun nicht bewegen ja aber wenn du warte entspann dich oder ja hör auf zu hyperventilieren okay ist ein snickers oder so oder ein mars oder tix weil wer handelt ja du kannst jumpen ja das wollte ich dich wollte ich wollte eigentlich sagen geh du durch und dann geh mir die stadt ja jetzt komme ich durch ich komme ich glaube so weit wie ich kann damit du dich nie macht ganz alles gut schau dass du in die stadt kommst am besten ja so viel reichweite habe ich was hast du das gefühl dass die spinne fliegen kann die haben sie etwa nicht oder bin schon ein bisschen was du machen kannst du die stanz noch changen damit du nicht abgefangen werden kannst du kannst du wenn du angegriffen wirst zurück ja mach du das am besten auch okay das heißt ich gehe jetzt tempelhof oder dragenhof erobern man muss ja realistisch betrachten jetzt na also dragenhof erhalte hintern offen na also das aber elzbev ist in der nähe das ist ein bisschen unangenehre hey stopp 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 kannst du mit alsak elzbev killen und dich dann also nicht erhockt der zwerg drinnen die pute geht auch nicht hier ja das ist ja ja wilde nummer hier wilde nummer okay also dragenhof ist 50 50 auf der anderen seite könnte ich vielleicht das empire auf mich ziehen dann hören die da oben auf asak zu jagen außer elzbev die wird da wahrscheinlich nicht ja gut wahrscheinlich kommt elzbev siehst du was in ihrer armee drinnen ist ja ist das ist das unangenehm für so eine unglaubliche power horde wie die meine die aus goblins und das war es steht drei schützen zwei lumina gedöns hellenfeuer und eine rakete zwei mörser kriegswagen zwei distanzkämpfer und zwei flagger land verstehe verstehe ja also ja gut das heißt wir müssen zuerst das hier einnehmen dann jetzt eine runde global recruitment das niederreißen weil das ist die einzige festung der oga die da noch außen hat das kann ich machen da so einnehmen dann wäre das ist auf der hauptsache er hat es nicht ja ja das heißt was wir jetzt dazu bauen um um den wirklich zu nutzen wir brauchen antilatsch na ja jede menge moschers jede menge moschers dann holen wir davon necks noch so ein zwei sumpf schulen und dann läuft der laden die sind toll oder noch einen goblin dazu weil da dürfte mich niemand erreichen die anderen sind nur angezeigt weil marsch das sollte absolut feind sein ja was schon schief gehen da im imperium gar nichts aller gar nichts hast du gesehen dass ich für ungefähr 15 runden seinen namen geändert habe zuversichtlich würde ich behaupten ich habe mich aber verschrieben dass man von 15 runden aufgefahren einem mann auf der niederlage überhaupt wieder und wieder angeschießen naja das ist der wir bekommen hat langsam und an einem an dem punkt wo es einfach nicht mehr reicht noch so dass der ganze kräfte wir haben das aber nicht mehr nicht mehr gut genug das ist das was wir haben ja das ist es ja noch ich habe ich möchte dass das hat das ja ja doch das bolle der Orks haben wir erreicht noch es ist das ist das ja 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 ja